Eigentlich müsste es gut sein. Aber ich glaube ein bisschen zu breit. Ist okay, ich denke mal die Verbindung wird nicht schlecht sein. Ja, ja. Was geht ab, Leute? Wie immer pünktlich hier, 8 Uhr gleich, können wir Gas geben. Au, au, ihr geht ja direkt los, Leute. Popcorn ist auch am Start, Leute. Ich hoffe, bei euch geht es gut. Eine kurze Frage, Leute. Wie ist die Verbindung und wie ist die Bildqualität? Ist die Qualität gut? Gut, okay, gut. Qualität, danke. Alles bestens, sehr gut. Wenn alles passt, Leute, dann können wir jetzt gleich direkt Gas geben. 230 Leute am Start, sehr gut. Alle den Daumen nicht vergessen, Leute. Like in das Ding hier. Sonst läuft das hier nicht. Erstmal geliked werden hier, Leute. Immer die Daumen hoch. Und dann können wir jetzt auch direkt anfangen, weil ich habe jetzt vier Geräte hier geladen. Vier magies. Überall 60 Euro bis Buchungspause. Und dann schauen wir mal. So, Leute, dann schreibt mal auch ein bisschen rein, was soll man denn hier anfangen zu zocken. Ja, Mann, die erste Schmalzfliege hier dran. Was geht ab? Was geht ab? Ich grüße alle, die jetzt hier gerade neu reingekommen sind. Wir gehen mit Steckgas. Clown-Bonus. Okay. Triple Chains. Bester Mann. Eye of Horrors. Joker's Cap. Grüß dich. Schmalzflocke. Fortune Seeker. Okay. El Torero. El Torero. Hot Fantastic. Ja, komm, ihr schmutzigen Saukerle. Dann fangen wir hier mal an. El Torero. So, Leute, ich muss vor allem die Kamera hier ein bisschen anders machen. So. Rutschen wir erstmal ganz relaxed hier auf 50 Kröten oben. Äh. Alter Scheißhaus. Leute, was macht die Qualität? Alles gut da, oder was? Super. Passt alles. Sehr gut. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ihr habt nicht so viel Kohle verzockt und euch nicht rasiert oder rasieren lassen. Ton ist versetzt. Ah, das ist vielleicht eine ganz dreckige Leitung jetzt. Ist eine schmutzige Leitung, ja. Obwohl, äh, 4G müsste eigentlich laufen. Danke, Leute. Bei mir geht's gut. Dankeschön. Ja. Verbrüht hier. Der Popcorn ist auch am Start, Leute. Ja. Ich grüße euch euch erstmal herzlich. Ja, vielleicht haben manche ja hier selber irgendwie schmutzige Leitungen. Und deswegen, äh, haben die einen miesen Empfang. Weil eigentlich, äh, bei mir müsste eigentlich alles top sein. Ja. Welche Uhr trage ich? Ja. Das ist eine billige Quarzuhr hier. Für 5 Euro vom Kaugummi-Automat. Ja, Leute. Alles tut die Familie. Alles tut die Leute. Vergesst nicht zu liken, Jungs und Mädels natürlich. Nein, Julia. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Solo. Ich bin Single. Ein Solo-Boy. Der Moneymaker sucht immer noch die Moneyloserin. Oder die Moneyfrau, ne? Tja. Ich drücke dir die Bilder an. Warum nicht mal im Spiel direkt so ein Anfang hier? Guck dir das an. Köpfe. Köpfe unter der Sau. Ja, Tyson King. 26. Ich drück mal kurz. 26. 20. Was soll das sein? Äh. Schmutziges Ding hier. Äh. Skepter-Gymes? Skepter-Gymes. Okay. Ja, können wir später mal spielen. Wir gucken jetzt erst mal. Ja. Die Zahl steigt Richtung 400. Mal schauen. Wie brennt es das erstmal übertreten? Wie aussieht schon. Nix. Kalibur zocken wir gleich an der anderen Kiste hier. Da gehen wir gleich rüber. Spielen wir ein bisschen auf. Ja, Leute. Der schmutzige Torero hier, der hat da glaube ich nicht so viel Bock. Ja, BupaFra würd ich auch gerne spielen, Leute. Aber das Problem ist, hier gibt es keine Novos. Wer weiß, wofür es besser ist. Ich schmeißen sowieso in letzter Zeit nur Dreck. Aber können wir nächstes Mal drüber nachdenken. Von woanders ins Film. Oh, hat der Grenze überschossen. Ja, ich will auch 1k Christian Kiel. Aber Leute, da müsst ihr mal ein bisschen den Daumen damit tätigen. Ja, ja. Immer schön liken da. 400 sind drin und 100 haben nur geliked. So geht es nicht. Sofort eine Abmahnung. Eine schriftliche Abmahnung. Ihr wisst ganz genau. Der Popcorn wird auch von mir abgemahnt und gekündigt. Beim Leiter drücken. Wenn er jedes Mal platt drückt, dann sage ich, der hat auch die Kündigung. Jetzt geht es ja voran. Ach du musst ja schon mal ganz schnell auf 200 Däumchen auf. Immer Daumen dick druck. Das Sahnehäubchen da schön druck. Tja, hier passiert gar nichts. Mach da mal bitte Excalibur an. Da werde ich jetzt gleich mal... Ach, da hinten. Nehmen wir mal da. Ja. Ja, die besten Sprüche müssen natürlich auch rausgehauen werden. Wie gesagt Leute, viele denken oder haben gesagt, ey Manni machst du ja echt live. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und wenn ich sage, ich mache das um 8 Uhr, dann mache ich das um 8 Uhr und nicht 3 Stunden später. Hallo. Manni, Manni, Manni. Schmaunz. So, dann wollen wir mal gucken, ob der Sau-Schlumpf hier was macht. Ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Ah, ok. Danke Dennis, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ok, der Anfang ist gemacht. Ich bin gespannt, wie es läuft. Hier haben wir noch mal ein paar Schlimm rein. Ich muss doch hier natürlich ein paar Schlimm rein. Ja, die haben wir immer so scheiße rein. Komm direkt zwei Stück junge. Niemals. Oh jetzt hast du die 500 zu dir. Na ja, grüß dich, Denny Masikowicz. Ey, wo sind die Toros, Mann? Die vergessen hier, oder was? Ja, der Dave, der hat gerade momentan Dinge ins private Sachen. Und das ist auch gerade nicht einfach bei dem. Deswegen, wenn er das sagen möchte, dann kann er das selber machen. Aber ich würde mich über seine privaten Sachen nicht äußern. Und ja, der hat gerade keine pickelnde Situation. Also, ist schon scheiße gerade, ehrlich. Ohne ja, meine Friste, ey. Der fängt ja so gut an, dann köter nicht mal hier in den Dricks, köter noch rein. Ja, zu spät. Ist doch nur noch ein Spiel. Das ist eine Provokation, ist ja gar nicht. Eine ganz schmutzige Tablette. Mann, ich grüß mal die Verena, bitte. Flare Verena, gegrüßt, gegrüßt. So, jetzt nur hier in den Sau-Schlupf rein. Äh. Aber guck mal, die dreckige Gitarre hat er noch mit eingezählt. Die dreckige Schmutz-Gitarre hier. Mann, wie alt ich bin? Ich bin 35. So, Richtung 600 Meter. Ja, danke Leute, danke, danke. Schmutz-Tablette, ja auf jeden Fall, Mann. Tja, das muss ganz ehrlich sein, der Tipp war gar nicht mal schlecht, oder? Sternzeichen-Zwilling, ne? Wer Sternzeichen-Zwilling? Ich. Ja, du auch? Ja, sicher. Ganz verschmutzter Zwilling bin ich. Ganz verschmutzter Hund. Ich auch, mal ehrlich gesehen. Ja, Leute, die Daumen hoch. Wir sind 560 Mann, 144 nur geliked. Das geht gar nicht. Also, da müssen ja noch... Also, da müssen ja noch... Also, 145. Immer in der Däumchen betätigen hier oben. Immer schön liken, Leute. Ja, richtig. Das kostet ja nix, vor allen Dingen. Also, äh... 552 Leute... Ja, jetzt geht's voran. Na, wenn das Geld kostet, Leute, dann könntest du ja noch alles verstehen. Aber das kostet ja keinen Sinn. Also, das ist, äh... Was müssen wir denn streamen abbrechen? Dodo. Ja, aber der Tipp war eigentlich ganz gut, oder? Tja, die Frage ist, ob da was kommt, ne? Ja, dann machen wir auch die Abonnenten. Na, das stimmt schon. Ja. So, wie war damals nochmal der letzte Rückstand im letzten Stream damals? Ungefähr... 1.300... 1.300 Leute waren im letzten Livestream drin vor 4 Monaten. Gucken, ob wir das heute... Auf weit von den Fernsehen? Ja, wer weiß das schon. Vielleicht kommt ja gleich noch was. Kommt gleich nochmal ne dreckige Rutsche rein. Wir werden jetzt erstmal einen frischen, aufgebrüten Besteller. Echt? Wirst du auch einen frischen? Ne. Ich will nichts. Nightslide ist so ein Drecksspiel. Das habe ich in letzter Zeit so, so viel gezockt und es ist nichts passiert. Dieses dreckige Spiel. Wie lange ich mache, der Zocki, gute Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht so zwei Stunden, vielleicht auch drei Stunden. Je nachdem, wie ich Bock habe. Also, je nachdem, wie die Geräte laufen. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit in der Buchungspause bin, dann habe ich natürlich auch nicht viel Bock. Deswegen habe ich extra vier Geräte, überall 60 Euro geladen. Wie man sieht, ist ja überall Buchungspause. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Deswegen. Gehen wir mal auf 60 Cent, Leute. Guck mal die Scheiße mal an hier. Und? Wäre ja auch zu schön gewesen. Direkt im ersten. Hey Patrick, niemals. Schreibt vernünftig, sonst kriegst du direkt den Flug hier. Weißt du? Bei mir ist die Flugpost kostet nicht viel. Also bei mir, ich, äh, verlang korrekte Sachen hier im Chat und keine Scheiße, ne? So, deswegen. Könnt gerne eure Spielwünsche schreiben oder wir können uns hier unterhalten und ich schreib bisschen oder laber hier ein bisschen mit euch, aber keine Scheiße, bitte. Und, äh, dem Dave geht's, selber geht's, dem relativ, dem geht's eigentlich gut, aber, ja, das ist privat was passiert und wie gesagt, ich möchte das hier nicht äußern. Vielleicht kommt der gleich mal in den Livestream rein und kann das selber sagen. Aber, ja, von jemand anders. Und, ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen jetzt. So. Wir grüßen alle verzockten Ferkelchen da. Ja, egal wo ihr herkommt. Und ist einer aus dem Ausland da auch drin? Griechenland, Türkei, Italien, USA. Würde mich mal persönlich interessieren. Ist neu, ist ja ja, ist ja nicht Ausland, aber trotzdem. Schweizer, Australien, aha. Ja, Leute. München ist auch schon für mich Ausland, das ist wirklich tief im Süden. Jetzt aber, äh, halt da. Ja. Oh, ja. Jetzt insortieren, Dicker. Noch ein, zwei Mal, noch ein, zwei Mal, dann müsste der kommen hier, der Mist Bock. Boah, der Kaffee ist geil. Ja. Soll ich dir auch einen frischen bringen? Ne. Ich bin total müde, Leute. Ich habe in den letzten Tagen... Oben, siehst du nach der Grenze, wurde überschossen. Jetzt Richtung 700 jetzt. Ja, Leute. Immer schön like in jetzt. Immer like in. Es sind 600 Mann und nur 200 Daumen sind oben. Ja. Da geht doch nicht, Leute. Stimmt die Resonanz doch gar nicht hier. Geht doch nicht. Das ist der kleine Icon, wo der Daumen so nach oben zahlt. Tut die dreckigen, verschmutzten Daumen nach oben da. Ja. Den Zucker da auch nicht lang drin. Ja, vor allen Dingen, das kostet alles nichts. Das kostet alles nichts. Jetzt. Dreckiger Torero. So, ich gebe dem Poppy mal das Handy, dann kann der mal ein bisschen weiter mit euch quasseln. Ich gehe nämlich mal eben eine rauchen. Eine rauchen? Ja, ja. Okay. Ja, ich grüße euch erstmal alle ganz herzlich. Ja, ihr seht, der Spielbetrieb geht wieder weiter. Wehmach. Und ich werde euch gleich mal einige andere Kanäle noch zeigen, die wir da betreiben unter anderem. Und gehen in nächster Zeit viel Frisches raus. Vulkanstraße. Ist ja in Duisburg, ne? Ja. Ja. Ja, schöne Grüße. Ah, ja. Dimitrus, kenne ich auch, ja. Schöne Grüße auch mal nach Griechenland. Grüße natürlich auch alle anderen. Schauen wir mal die 700 Leute jetzt hier voll machen. Ja, wir sind eure Erfahrungen in letzter Zeit. Also ich merke, die Quoten sind allgemein ganz schön im Arsch. Ich meine, gestern wieder gesehen, über mehrere Stunden Spielzeit. Und ich weiß nicht, da passiert nicht so wirklich was, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Wie ist denn euch da so ergangen die letzten vier, fünf Tage? Also ich fand bei uns war echt schlimm, ne? Das ist alles tot, ja, ja. Dreck, ne? Man geht doch auch rum in großer Konzession mit 70 Automaten, dann haben vielleicht zwei Leute war drauf. Auf dem Tacho, der Rest ist alles abgebrannt. Tastenklopper aggressive Leute, ja, der staut sich da, ne? Das ist genau wie der Samenstau auf Dauer und wie beim Zocken irgendwann muss ja alles raus, ne? Genau. Es ist ja nur Ärger, der sich da einfrisst und das ist natürlich Chance. Deswegen, schaut besser zu. Wir haben da einiges schon vorgedreht. Ist wesentlich billiger, sagen wir mal so. Ne, Klapperstörchen sind hier nicht. Ne, dafür nimmt man immer ne Spezialhalle für die Lightspeen. Da werde ich auf jeden Fall nicht reingehen, wo die Leute mit dem Hockeyschläger die Leiter aufdrücken. Ja. Da wollen wir wahrscheinlich heute Abend noch irgendwo hin. Schön, nochmal trinken gehen. Wir wissen aber noch nicht genau, wohin. Schick vor den Links, Alter. Hing jetzt. Ne? Ja, da meine ich es heute nicht gut drauf. Ne, man, heute bin ich totale Masse. Aber ist auch verständlich. Es sind vier, fünf Tage durchgedreht, ne? Videos gedreht. Zu viel, zu viel Leute. Heute bin ich sehr, sehr müde. Ich bin 52. Für alle, die es noch nicht wissen. Ist ein alter Mann. Und ja. Alter Drecksknochen, Alter. Alter Drecksköter. Richtig dreckigen alten Köter. Und ja. Harte Rieche. Harte Rieche? Komischer Name. Aber gut. Was ist denn da mit der Laikerei? Das ist mir alles ein bisschen schwierig. Ja, die Laikerei, da muss was getan werden, Leute. Minimum 400 Däumchen. Die müssen da locker mal eben. Parallel zu den 635. Wir gehen Richtung 700. Aus dem Dicken. Dicke ist scheiß Freya. Wir drehen mal hier bis 30. Dann gehen wir mal in eine andere Kiste hier. Spielen wir mal dieses Excalibur. Das ist ja hier. Hier seid ihr alle 11. Ne, Superfooter ist hier nicht mehr drauf, glaube ich. Wollen wir auch spielen, aber ist nicht drauf. Keine Ahnung. Grüße, grüße euch erstmal alle. Ja, Anton, KW, Yamaha, Moha. Grüße alle, die neu dabei sind. Keine Ahnung. Rindefisch. Ja. So Leute, ich übernehme mal das Ruder hier. Ja. Gehen wir mal auf das Scheißhaus hier, ne? Gucken wir jetzt mal. Let's go. Oh. Wolltet ihr hier ein bisschen Excalibur haben? Ja, geht. Salam Avni, grüß dich. Ich würde erstmal schicken, mach für die Abonnenten, du. Oh ja, der hat sich, äh, ich soll den Popi mal zeigen. Hier. Jetzt seht ihr den Popi mal, äh, wie der Popi mal ist. Also denkt man nicht, äh, der wäre irgendein dreckiger Penner oder sowas. So. Das ist das Angriffs-Outfit. Wir sind bei dem Vorstand bei Daimler-Benz und, äh. Ja, was machen wir? Ja, der Popi ist jetzt schon, äh, ein ganzteiliger Missgüter. Der hat den Undertaker-Mantel hier angezogen. Oh, komm rein. Aber dem letzten Lacken, äh, der hat den Undertaker-Mantel hier angezogen. Letzter Lifestame, da haben wir noch Unwalt gewonnen, ne? Letzter Lifestame war noch, okay, Mann. Aber jetzt... Ja, gut, gerade mal angefangen, meine ich wissen. Mal gucken, was hier abgeht. Alles kippt von den Abonnenten, ne? Wenn man es nur so sagen darf. Danke dir, wo sind meine Fische? Gut, bei mir alles gut, dankeschön. Nur ein bisschen müde, so wenig geschlafen die letzten Tage, deswegen. Ich bin total im Arsch, Mann. Ja, Sonnenkäfer, zwei Euro, würd ich gerne spielen, womit denn? Mit 40 Euro hier drauf, damit ich in einer Minute den Stream beenden kann, oder was? Dann sehen die anderen nichts mehr. Der Käfer schnell mittlerweile mit diesen zwei Euro. Ich hab manchmal Wünsche, wenn ich zieh zwei, drei, hundert drauf, dann würd ich ja sagen, ja, ist ja okay, aber mit 40 Euro spiel ich hier keinen zwei Euro. Automaten haben Hunger. Sei denn, ich hab keinen Bock mehr. Der Roulette-Peter, Zuhälter vom Roulette-Peter. Genau so sieht's aus. Einer muss die Kohle ja anschleppen. Ja, der Peter, der schafft an, aber nein, gut, das wird natürlich nicht. Excalibur läuft hier auch nur wieder eine Frikadelle, oder? Oh ja, nix. Ja, der nächste Tipp, was man spielen konnte, wo man eventuell auch drauf anschaffen kann, hier passiert gar nix, hier ist Maus. Ja, also, da muss ich ganz manchmal sagen, Peter, da hast du gar nicht mal so Unrecht mit den 10 Cent Geschichten, da hat man wirklich manchmal so Gewinne, Grüße alle, die da... von 1 Euro einsetzen, ne? Also, das sind die Fatalen. Ja, ich grüße alle, die auf jeden Fall jetzt neu dabei gekommen sind, Leute. Aber das soll ich nicht blenden, sag ich mal, von den 10 Cent Geschichten, man kann hier natürlich auch da, und dann ist natürlich, das werdet ihr in den nächsten Videos auch sehen, da, auf meinem Kanal, da ist natürlich auch kein Unterschied, bloß natürlich in der Maße wie hier, wenn man immer spielt, aber schon... Die Rosen gehen auch da runter, ne? Ja, so sieht's aus, leider Gottes. Mein Gott, ey, so ein Schmutz einmal hier. Haben wir nur einmal Spiele gehabt für die Abonnenten? Spielen wir mal hier Fortune Seeker. Schöne Grüße zurück, Noel. Ja, das sowieso besser als Hartz IV TV, was sonst. Ab die Katze. So, ja, gut. Hier zwei Zeigrunden ledigend reingeflogen. Wie ein Assgeier. Wie ein Assgeier. Bahn dann? Lucky Pharao. Ja, Leute, geht ein bisschen schnell auch mit den Kommentaren, also wie gesagt, ich kenne jetzt auch nicht jedes einzelne Kommentar hier beantworten, oder sonst irgendwas. Von oben hoch ziemlich schnell. Und schön liken wieder. Also wir haben hier 668 Leute drin, sind nur 312 Likes. Also müssen Sie davon ausgehen, dass 300 diesen Stream nicht mögen. Die sind nur undercover hier. Sind das gekaufte Zuschauer, oder was? Natürlich auch alle anderen großen YouTuber, die da drin sind und zuschauen, das sehen wir ja natürlich auch. Auch mal heißliche Grüße an alle anderen mal daraus. Schöne Grüße zurück. Ja, Leute, wie gesagt, liked den ganzen Scheiß hier. Das kostet euch sowieso keinen Cent. Und für die neuen, abonnieren nicht vergessen und so weiter. Und den ganzen Krempel Glocke aktivieren. Und was weiß ich, was nicht alles für den Müll man hier machen muss. Aber, ja, macht das einfach. Sechs Eier. Schöne Grüße nach Viersen, Sala. Bockspiel ist gegen. Ja. Warum haben wir doch vorher gesprochen? Mit dem heisst noch? Ja, ja. Los Tempel ist der größte Dreck. Ja, haben wir getestet Dreck. Los Tempel, das habe ich jetzt ein paar Mal gespielt, das ist für mich der größte Scheißspiel. 663 Leute online. Würden schon gerne mal die 7 Monate Grenze mal knacken. Ich möchte gute Hause mal gehen. Langsam schritten. Ja, ja. Kommt alles, kommt alles. Keine Sorge. Wie viele Spielernbetreiber sind da drin, wenn ich mal fragen darf? Alle bitte dann sagen. Ja. Schöne Undercover. Ja. Damit, äh... Nur das Wort Ja. Das reicht. Und vergiss die Spenden nicht. Ich spiele ein Geier. Der sei... Was sind die Donations? Donations. Ja, kann man hier machen. Muss man unten. Guck mal da. Zwei. Muss man, äh... Drei. Ja, wir grüßen natürlich auch die Spielernbetreiber, davon abgesehen. Klar. Ja. Seid ja unsere besten Freunde und ich sowieso, weil ich ja so viel Geld habe, davon abgesehen. Aber auch drauf geschissen. So. Donations kann man unten im Superchat machen. Das ist ein, äh... Dollarzeichen. Dann kann man draufgehen und da kann man das machen. Wer Interesse hat. Wo ist die Frau hier, Mann? War alles englisch, ne? Guck mal, Schmutzbild. Löde Schweinchen, du. 673 Leute. Ja gut, das Like-Verhältnis wird besser. Ich muss euch ja loben. Immer richtig Gummi da. Immer den schmutzigen Risikodorn da drauf. Rauf auf die Mutter da. Rauf auf die Mutter da. Tja. Ja Leute, ich spiel mal hier nicht ganz ab. Ich lass mal hier ein 20er drauf. Dann gehen wir zur nächsten Maschine, damit ich hier gleich nicht zu viel buchen muss. Weil das wär zum Kotzen. Überall neue 60. Das dauert auch zu lang. Oh, der Max hat gespendet. 1 Euro. Danke dir. Der Felix, 3,49. Dankeschön. Das, äh... Ja. Ist natürlich sehr nett von euch. Zwei Mäuse von Just Press. Spiel mal Clown-Bonus. Werden wir gleich machen. Werde ich gleich mal angasen hier. Clown-Bonus? Hinten an so einer Schmutztrompete. Da werden wir... Julian Heimann, danke dir für 1 Euro. So. Gleich die 7er Grenze auch gebrochen. Ja. Abwarten und Tee saufen, ne? Schmeiß mal da direkt mal Geld nach, Mann. Ist da noch Buchungspause oder was? Ist da noch Buchungspause, ne? Ja, 2 Minuten. 2 Minuten? Ja, ist egal. Tu mal ein Zehner da drauf. Ja? Ja, klar. Ja, 30 Euro ist doch nix. Schnell sind 30 Euro gleich weg. Schöne Grüße nach Kroatien, Werder. Das war auch immer geil zu lesen hier. Die ganzen Abonnenten, wo die denn so herkommen. Der eine grüßt aus Kroatien und so weiter und so fort. Das ist krass. Da ist der King wieder mit seiner Versifft 26. Werde ich mir gleich spielen, Mann. Mach dir keine Sorge. Wo ist denn der Kalski? Der guckt bestimmt Schalke gegen Köln. Der ist saufeier. So, das ist ja eine Dreckskiste hier, ne? So Leute, ich geh mal in eine andere Kiste. Bildschirm wird mal ganz kurz schwarz. Grüß dich Tinkerbell. Alles gut? So Leute, hier geht es zum ganz dreckigen Klon-Bonus. Schöne Grüße. Grüß dich Lukas Krause. Grüße nach Gladbach. So, 50 Cent. Schöne Grüße nach Nürnberg. Schöne Dreckstapete einläuft oder was. Harlekin Hallen da in Nürnberg. Ich weiß nicht, wie ist die da noch? Der ganze Süden, der ist auch überflutet mit den ganzen Harlekin und so ein Scheißdreck, ne? Joker hat auch viele Hallen da. Oh, danke dir, Just Press. Zwei Fröten. Zwei Fröten. Die retten mich für heute. Die zwei Euro. Damit werde ich heute richtig Pate machen. Schönen Anschaffung. Da werde ich heute ein dickes Bier draufballern und so ein Bier habe ich mir noch nie reingepfeffert. Ja, ich grüße alle, die hier neu reinmarschiert sind, Leute. 700 Mann sind wir jetzt. Ja, dann ballert mal Dingens hier, Mann. Dann ballert mal auf den Like-Button. Sonst wird das nichts. 700 Mann, 364 haben geliked. Also sind noch 340 offen, die da mal ganz kurz draufdrücken können. Und, ja, wie gesagt, das kostet euch ja keine Pfifferling, ne, Leute. Von daher, abonnieren, liken und den ganzen Krempel hier. Ja, da bist du schon Minimum jetzt die Daumen 400, eigentlich das alles. Oh, danke dir, Pate. Pate riecht. Pate habe ich gelesen. Krass, Mann. Ich habe, weil ich auf den Bildschirm gefuckt habe, voll krumm gelesen hier. So eine krumm, wie ein Angelhaken hier. Diese Nicken machen mich ganz verkopft. Ja. Grüß dich, Chris Bartsch. Wo ist der dreckige Bonus hier? Will der mich verarschen, Mannermatt? Knallt gleich hier. Kalim, kalim. Danke, mir geht es gut soweit. Dankeschön, Leute. Wie schön nach Schalke, Mann. Ja, Leiterfraktionen kommen auch. Keine Sorge, nur ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen aufrelaxt. Oh, Kalim, 720. Geht weiter. Gucken, ob wir hier ein bisschen anschaffen können. 9,50 Euro sind reingekommen. Sehe ich jetzt gerade mal. In der Donation. Haben wir reingebracht jetzt? Kido, ne? 100 schon. Schon weggelaufen, oder? Ich habe insgesamt 240 geladen. 250 jetzt. Ja. Schöne Grüße nach Kenia. Ja, ja. Ich bin auch hier gerade in Zimbabwe am Zocken. Und in irgendeiner Holzstube. Komm doch mal rein, du verschmutztes Scheißhaus hier. Frankfurt gegen Bremen, was ich da tippe. Puh, schwer. Kann ein schmutziges 1-1 werden. Oder 2-2. Oh, danke dir. Toller. Dankeschön für die 5 Kröten, mein Freund. Korrekt. Was war der höchste? 5 Eier. 5 Eier. Das waren ja nicht ab, ne? Oder? Doch, klar. Ich habe auch schon 15 und so gar. Ich habe schon mal zu Manni gesagt, du kannst nicht viel erwarten von den sogenannten Donations, weil das ist ja eigentlich ein Zocker-Channel und die meisten Leute sind schon abgebrannt. Ja. Und guck mal, die anderen Kanäle, die machen Content, der kostet keine 5 Cent. Ich mache Content, der kostet zig Tausend im Monat bei mir. Aber gut, ich weiß ja, ihr seid Zockerleiter. Ihr seid ja selber Spieler. Deswegen kann ich ja verstehen, wenn ihr selber nicht irgendwie spendet oder keine Knete habt oder sonst irgendwas. Dafür macht euch ja auch keiner fertig oder sonst was. Ist mir auch scheißegal. Ich bin ja auch nicht darauf jetzt hier angewiesen oder so. Aber wer es machen möchte, kann das gerne machen. Kann da was reinschreiben oder sonst irgendwas, dann ist das okay. Aber sonst, wenn nicht, dann nicht. Also das ist alles ganz cool, Leute. Ja, dieser dreckige Clown-Bonus, das spiele ich normalerweise auch sehr, sehr ungerne. Weil ich weiß, äh... Wir gehen beim nächsten Mal für das gespendete Geld essen. Dann machen wir noch ein Video für euch dabei. Könnt ihr euch noch mal reinziehen. Prinz Düsseldorf. Ja. Ich sehe, ich bin der Genie. Genau. So musst du das sehen. Ich und Jude. Ja, Jude wäre so, dann wäre das schon ein paar Minuten gekommen. Wollte ich gerade sagen. Also dann hätte ich nicht so viel verzockt, wenn ich ein Jude wäre. Und vor allen Dingen, dann würde ich auch nicht so viel ausgeben mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Egal mit wem. Ich bezahle, glaube ich, genug. Genauso großzügig, wie ich am Automaten bin, bin ich auch im privaten Leben. Ich auch, du. Also ich werde jetzt, glaube ich, gleich mal hier Thunderstorm auf 10 Cent spielen. Mit ausklingeln. Mit ausklingeln. Damit wir mal einen 7-Stunden-Stream hier hinbekommen. Weil die sind ja nur am Fressen. Das ist ja Langeweile hier. Das ist ja... Weiß ich nicht. Kann ich ja einschlafen. Such mal hier neu. Nee, du. Heute nicht. Du hast heute die Kündigung Popcorn. So Leute, was sollen wir denn hier zucken? Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen für euch schmutziges Lucky Pharao. Ihr wünscht euch ja immer so eine dreckige Scheiße. Obwohl ich dieses Spiel ja hasse. Geil. Ich hasse das Spiel. Es ist ein Pestspiel. Ich krieg hier nie was. Tremil? Tremil. Oh, ja. Geht es Richtung 800? Ja, ja. Alles gut hier. Alles gut. So, ich grüß auf jeden Fall die Neuen, die jetzt auch hier wieder reingeschlüpft sind. Mit dem Hühner Arsch. Und ähm. Ja Leute, vergesst auf jeden Fall mal nicht hier den Button zu drücken. Was ist denn mit dem Lighten hier Leute? Seid ihr am Schlafen? Oder ihr guckt den Stream, aber ihr vergesst da zu drücken. Das kann doch nicht Sinn, ey. Was geht denn hier? Ja, alle verzockt. Tyson King, spende mal zwei Mille, dann spiel ich den ganze Zeit hier nur die 26 für dich. Nur die 26. Guck mal, ich hab bisher hier jetzt vier Maschinen gespielt, nirgendwo kann ich bisher ein paar Euro anschaffen. Was ist das denn ja? Ja. So schmutzige J da oben, ey. Soll man aber sag ich immer? Drück mal auf den Buchen, dass der doch weiter bucht. Nee, da hat grad geschrien. Ah, guck mal hier. Nee. Bei Diamanten, ne? Ein Diamanten wäre dann, hätte der schon lange geklingelt. Wann ich letztes Mal Tisona gezuckt, hab gestern. Gestern noch viel Tisona gespielt. Der Poppy ja auch, der hat dann weiter noch gedreht für den Tisona-Channel von uns. Könnt ihr ja auch noch abonnieren. Oh. Jutta. Jutta, dankeschön für die zehn Piepen. Guck mal, ne Frau, macht ihr noch den Männern vor. Ja, Frau, ja, Frau, die Tasche vor, lady. Die Kerne haben ja geputzt. Die sind alle gefecht, die Kerne, ey. So, 25 Spins nehmen wir natürlich, ist ja klar logisch. Wusstest du schon immer, dass die Frauen wirtschaftlicher arbeiten? Ja, die Frauen, also die gute Jutta, du, die hat zum Ziel und Ziel. Ich bin Dieter, dann wählen wir uns gleich mal zwei Büros reinpfeffern, damit wir hier nicht vom Fleisch klatschen. Ja. So, komm, mach mal hier ein schmutziges Ding rein, ey. Was ist denn los hier mit dir, alten Karottenschäler? Kickt dich das ins Arne, ey, er flötzt ja um hier. Scheiße. Aber das ist Käse. Aber ja gut, vielleicht berappelt er sich gleich. Schöne Grüße zurück, Momo. Also, wie gesagt, ich grüße alle, die neu reingekommen sind. Ich kann jetzt auch nicht jeden einzeln grüßen, weil manchmal gehen die ganzen... Gehen zu schnell, ja. Kommis gehen schnell flöten und... Da sind ja mal 800 Leute drin. Guck dir das an, Alter, der ist ja tot jetzt. Tot! Das vergewaltigt mal schön den Like-Button. 148 muss man ja schnell die 500 voll machen da. Jetzt gibt's mir schriftliche Erden. Was spiel dich am liebsten? Ja, keine Ahnung, ey. Mittlerweile, ich zocke so viel. Ich weiß nicht. Also, ich kann gar nichts mehr sagen. So, ich spiel das am liebsten oder das oder das. Keine Ahnung, ey. Das ist ziemlich jeden Tag dasselbe so. Oder alle zwei, drei Tage. Also, ich hab da auch manchmal gar keinen Bock. Manchmal sitz ich davor, denk ich mir, warum hab ich überhaupt das Gerät geladen, obwohl ich gar keinen Bock hab zu tocken. Also, so, weil mich wieder die gleichen Drecksspiele erwarten. Guck was der gemacht hat, Mann. 40 Euro Kreide. Puh, ist das ein SICK-Spiel, ehrlich. Ich hasse es. Er ist so eine richtige Mannschaft. Das ist wirklich nicht schlecht. Gucken, was ist das denn Käse? Käse, Holandese ist das, Leute. Was für ein Schmutzpriester. Ich mach mal da kurz. Bisschen Kunde. So. 822 Leute geht Richtung 900. 500 Likes müssen unbedingt vorgemacht werden. Immer schöner Däumchen drauf. Ja, ja. Jetzt die 500 würde ich jetzt noch sehen hier in der nächsten Minute. Das kann ja nicht sein, Leute. Nur mit 829 Piranhas und kriegen die 5. 25 Euro in der Spardose. Oh, 5 Euro. Spiel mal El Torero, bitte. Viel Glück. Danke dir, René. El Torero hab ich eben schon gespielt, aber werde ich gleich nochmal angasen. Nur für dich. Für deine nette Donation hier. Dankeschön. So, guck mal. Von 51 Euro ist das hier hängen geblieben. Gar nichts. Ist das ein Schmutzpeter hier. Nee. Tja, oder? Nicht. Aber da wird wohl nichts passieren. Da sieht man, oder? Nee. Da hast du nochmal hier einen 15er in die Kimmel gedrückt. Aber das wird jetzt auch gewesen sein. Ich glaube sowieso letzter Lauf. Ich glaube danach nimmt er an. Ich glaube danach nimmt er an. Nee. Nee. Das ist eine ganz miese Flöte hier. Nee, Leute. Nee, die Kreeleute auch scheiße. Guck dir dann hier. Oh, Fabs, du alter Kameltreiber. Was geht ab? Ich hab doch gesagt, ich bin live. Läs doch mal die Community. Schöne gute Fabs. Alter Saukerl, du weißt doch. Oh, 16,99. Bandidos. Danke dir mein Freund. Dankeschön. Oh, 16,99? Das ist eine korrekte Aktion von dir. Ja. Danke. Also ich wollte mich rein generell sowieso nochmal bedanken. Jetzt hab das vergessen hier durch das ganze Gesülze hier wegen den ganzen Kommentaren und was weiß ich. Aber rein generell, Leute, immer für den geilen Support immer coole Kommentare. Hab zwar immer irgendeinen Hayopi dazwischen, der ein bisschen scheiße schreibt oder labert, aber interessiert mich ja gar nicht bei der Menge von Kommentaren oder sonst was. Geht das sowieso unter. Auch an die ganzen Hater. Dankeschön, dass ihr immer schön am gucken seid. Auch wenn ihr den Dislike Button drückt, das interessiert mich sowieso. Keinen Hater. Den könnt ihr von mir in den nächsten Wochen und Monaten gerne noch jeden Tag betätigen. Bei den ganzen Videos interessiert mich nicht. Also mich muss keiner lieben. Guckt meine Videos, wenn ihr wollt. Wenn ihr das wollt, dann macht das. Wenn nicht, dann leckt mich. Also ganz einfach. Interessiert mich nicht. Ich liebe meine Hater auch. Von daher. Arschgeleckt, man. Weiter. Na ja. Hast du recht. Ach, du Scheiße. Mach dir. Ein paar verschmutzte Dinger hier mal rein. Ramon Escobar, danke dir mein Freund. Also Düsseldorf. Clown Bonus habe ich jetzt gerade auch gespielt. Kam aber leider nichts rein. Genauso wie Totem Chief. Aber ja gut, kann ich gleich noch mal gucken. Aber ich muss natürlich auch gucken Leute, dass ich die Geräte weitergeladen kriege, damit der Geld drauf ist. Weil sonst macht der Livestream ja aus der Halle keinen Sinn. Ja ja, aber das ist cool. Du willst ein Kind von mir? Ja gut, dann musst du vorbeikommen. Aber du musst dich ja auch bücken dann, weißt du. Ohne zu bücken, entstehen keine Kinder. Aber tief. Guck dir die verschmutzen Piranhas an. Warum nicht hier noch was rein? Also wie viel Euro? Ich habe jede Maschine 60 Euro reingeschmissen. Ganz ehrlich. Extra für den Stream, weil sonst lohnt es statt ja nicht. Soll ich hier 10 Euro laden und dann euch hier nur die ganze Zeit voll labern, habe ich auch keinen Bock drauf. Restos. Oh, hier ein bisschen Spielgeld. 10 Piepen, ey. Ja, 10. Aber hier übrigens auch noch mal ein 10er. Ja, können wir noch mal ein paar Spins Gruppen hier und dann gucken wir mal. So Leute, 500 Likes haben wir zusammen. 886 Leute. Ja, ich glaube da gehen noch mal 20, 30 Likes. Von mir aus auch Dislikes Leute. Komm, gib Gas da. Drück drauf. Die ganze Scheiße kostet nichts. 510 will ich kurz sehen, dann drücke ich direkt hier drauf. Drücke, drücke, drücke. 508. Komm, noch zwei Mann. Ah, okay. Alles klar. 516. Danke, danke. Nein Leute, alles cool. Bisschen Spaß muss sein. Mein Gott. Aber wie gesagt, liken kostet ja nichts. Genauso wie kommentieren kostet ja auch keine Schraube hier. Fällt ja keiner vom Fleisch nur weil er ein bisschen hier rumschreibt oder sonst irgendwas. Dennis Bernhard, du hast Geburtstag, wer bist denn geworden? Erstmal herzlichen Glückwunsch mein Freund. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und bleib mit dem Arsch aus der Halle. Oder bist du heute erst 18 geworden? Oh, 21 Mäuse gespendet. Einfach mal Danke sagen für den täglichen Schmutz. Danke Basti Rules. Basti, danke. Hallo, ganz korrekte Messe. 21,99. Wie viel Schmalz ist drin im Port? Ja, ist noch nicht aktualisiert. Bisschen voran, du. Kaum zu glauben. Ja, die Abonnenten, die würdigen, hat auch die tägliche Arbeit. Ich weiß. Leute, viele denken das ist einfach nur, wir sitzen und filmen, filmen, filmen. Aber im Endeffekt, Leute, das geht auch an die Substanz. Du sitzt den ganzen Tag, du bist nur am Buchen, dies und das. Dann bist du fünf Stunden da, da läuft nichts. Du hast nur Buchungspausen. Du bist auch irgendwann im Arsch. Ja, dann hast du noch die ganzen Teufel da sitzen, die nur auf den Knöpfen rumpeitschen. Wie die kaputten. So, das ist auch ein bisschen so stressig, obwohl ich ja eine ruhige Seele bin. Und nicht so schnell aus der Haut fahr. Oder auch wenn ich nichts gewinne, immer cool bleibe. Aber trotzdem, das sind Sachen Leute, da muss man erstmal verkraften. Auch, ne? Ja. Genauso wie ich hier die Abzug verkraften muss. Komm, mach die Charakter, komm da eh nicht. Ist doch klar, dass die nicht kommen. Ja, 914. Wir gehen Richtung 1.000 zu. Ja. Und hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, aber... Ne, das ist immer so langsam, langsam. Da hätte der letzte Rekord doch gebrochen werden, ne? 1.300 noch was waren beim letzten Stream. Ja, bin ich mal gespannt. Ah, das wird heute, glaube ich, schwer. Viele sind da raus, bisschen feiern, dies, da, jenes. Aber... Ja, gut. Guck dir den Schmutz. Was ist das an? Was ist das hier? Was ist das für ein Toilettenstuhl hier? Da passiert ja gar nichts. Guck mal, für so eine Scheiße macht er das auch. Was ist das denn? Das ist nur noch ein Vegetieren. Ja. Warte, man wartet hier förmlich auf den Tod, kann man sagen. Oh, zwei Piepen. Oh, zwei Piepen. Ah ja. Von wem? Deinen Stream gucken. Just Pracks. Just Pracks. Ja, wirklich schön. Ich ziehe den Stream rein. Auf. Ja. Die Kaffeekasse wird voller und wir reißen im Grunde genommen. Das Steak wird größer, vom Volumen her. Vom Volumen her, ja. Das kann man schon Richtung 400, 500 Gramm geben. Ja, schön wär's. Ich musste Papa Schlumpf hier wieder ein Hunderter drauflegen, ja. Bist du weiter am Laden, Digga? Ja, klar. Da hinten auch? Weiß der Mitte? Ja, hinten kommt rein. Ja, Leute, weil ich darf jetzt nicht hier im Verzug kommen, weil ich jetzt nicht weiterlade. Dann hab ich nachher keine Kohle mehr auf der Kiste, ne? Das ist nämlich scheiße. Das ist alles frisch. Ja, ich bin pleite, deswegen spiel ich auch keine zwei Euro. Oh mein Gott. Wie pleite. Ey, was die Leute manchmal für einen Scheiß schreiben. Was für Pleite, Mann. Ich hab 26 Euro drauf. Was soll ich spielen? Von mir aus, ich spiel... Guck mal, ich spiel Roulette 36 Euro. Jetzt hab ich ein Problem mit dir zwei Euro zu spielen, aber... Das Problem ist ja nur dann, dann können alle anderen Abonnent nichts mehr sehen, weil dann die Rekode im Drang mit ihm verschossen ist. Genau. Korrekt, korrekt, korrekt. Ist ja leider so. So sieht's aus. Nicht fair, ne? Ja. Moneymaker, hast du wieder deine weißen Schuhe an? Ne, heute hab ich schwarze Schuhe an. Ich weiß auch nicht. Da hab ich eben noch dran gedacht. Ich wusste, dass die Frage kommt, wenn ich nachher mal auf dem Boden filme, um meine Schuhe zu sehen sind, dann werden die sagen, wie keine weißen Schuhe. Das ist übrigens das letzte Mal. Oh, jetzt musst du aufpassen. Jetzt ist vorbei. Was machst du mir für ne Angst? Jetzt ist... Nein, Mann. Ich kenn keine Angst. Weiter. Scheiß noch. Wenn Diamanten kommen, ist immer... Da läuft. Bombe. Direkt Asse, Masse. Wirst du gleich sehen. Nein, ich bin doch nicht pleite. Wenn ich pleite bin, könnte ich nicht spielen, Leute. Was ist denn los, Mann? Manchmal hat man, wenn ich mal... ein paar Tage nix hochlade. Dann hab ich auch mal ein paar andere Sachen zu tun. Dann... Ne, keine Ahnung. Gibt doch manchmal wichtigere Sachen, als nur hier voll geklimpert zu hängen. Ich mach gleich Clown-Bonus. Reagier dich ab. Du bist mir meinen Stream am Rasieren. Guck mal hier. Schöne Bilder. Was? Was? Dann hab ich dann nicht am Ende. Danke dir für den Fünfer, Kevin. Korrekt. Ich bin jetzt im Plus. Wenn ich eben draufgehört hätte, war 37. Ja, okay. Aber dreh jetzt mal weiter. Dann wirst du sehen, wie der Tod kommt. Ja, der Tod, der kommt doch... Der Tod wird jetzt nicht schon ausgestört. Du musst das mal so sehen. Irgendwann stirbst du sowieso. Aber ich werde sterben und sagen, ich hab noch bisschen was gemacht. Ich hab meinen Spaß gehabt. Ich konnte mir jeden Tag... Das war eine Frage. Meinst du, die können sie da drin auch reinbalsamieren lassen? Also ich werde mich... Ja, ich werde mich als neue Mumie bei Gauselmann vorstellen. Dass der mich dann so stocksteif irgendwo in die Ecke stellt. So als neues Zeichen. So abzeichen. Komm ich nur das mal an. Dann kann man ein bisschen was zuspielen. Dann können wir noch ein bisschen labern, Leute. Und ähm... Können wir noch ein bisschen hier Quatsch erzählen. Mein Gott soll ja auch Spaß machen. Also wir wollen ja jetzt hier nicht nur bis... Bis zur toten Messe hier uns den Arsch rasieren. Da gehen Richtung Tausende. Jaja... So, wir sind richtig pleite deswegen. Aber ich zeig ja nie Geld. Und will ich auch gar nicht zeigen. Hier mach mal 50 klein nochmal. Zerstreu mal da hinten. Schöne Marie noch dabei. Eine rote Marie. Ach ja... Ich hab noch nie Geld gezählt. Ich hab hier noch nie die Welle gemacht. Ich hab hier nie die dicken Eier irgendwie gesagt. Ja, ich hab dies, ich mach das. Ich bin jetzt hier größter YouTuber aus Deutschland. Oder aus Europa. Nur weil ich alle anderen überholt hab. Oder sonst was. So bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ, der... Der dann hier die Welle macht. Oder sonst irgendwas. Von daher, Leute. Alles cool. Dr. Stefan Frank. Mach lieber deine Sendung weiter. Anstatt Quatsch zu schreiben, Mann. So, Leute. Ich werd euch gleich nochmal hier den dreckigen, verschmutzten Poppy am Handy drangeben. Und, ähm, weil ich wollte mir nämlich mal ganz kurz eine rauchen gehen. Dann bin ich so in zwei, drei Minuten zurück. Weil der Mann hier ist ja Kettenraucher. Da sind zwei Zügel. Bin ich direkt am Filter. Was ist das denn, ja? Nimm nur mit dir. Nö, alles gut, alles gut. Grüß dich, Maike, du Saukerl. Du hast mir eben noch auf WhatsApp geschrieben, aber ich hab dir noch nicht geantwortet. Ich hab das andere Handy in der Tasche. Weil ich hier, äh, am Laden war, vorbereiten war. Äh, nee. Du kannst jetzt mal hier weiterfilmen. Der Poppy wird euch jetzt mal ein bisschen hier unterhalten. Leut sich gerne puffen. Ach, schlimm. Ich sag, er Nikotin sucht. Ja, grüße euch erstmal alle nachträglich. Hier reingeflutscht sind wir. Natürlich auch für die Donation. Und, ja, ich seh gerade in der Kaffeekasse sind 80 Euro. Da ist ja schon mal ein Stand. Den kennt man gar nicht. Ja, aber Quali ist gut. Seid ihr alle zufrieden? Ja, die Menschlichkeit verlieren in der Form. Ist ja alles locker bei uns. Oh, 900 Leute drin. 553 Likes. Kann noch ein bisschen passieren. Ja. Wir haben hier noch ein paar andere Kanäle. Die werden wir dann auch noch mal vorstellen diesbezüglich. Und... Müssen wir mal aufpassen mit dem Handy hier. Das mir da nicht aus der Hand fällt. Das ist ein schwerer Klotz. Der wird lang. Auch nicht schlecht. Mir gehört die Spilo hier. Das ist ja eine interessante Aussage. Wie kommst du denn da drauf? Ja. Da muss man schon ein bisschen Fantasie haben in der Form. Ich glaube nicht, auch wenn sie mir gehören würde, dass die Kunden dann irgendwie gut finden, wenn sie sehen, dass der Chef hier vor steht und am Zocken ist. Das ist mir sicher nicht gut. Ne, aber... War schon... Cooler Aussage. Ja, kommt kein Schmalz dort. Ihr seht ja selber. Es ist kein Schmalz. In Aussicht. Basi, bist du auch drin? Ne. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich will auch gar nicht mehr damit anfangen. Ich nehme mal für das Geburtstagskind hier ein bisschen Wingen. Turmbonus. Ja. Sehen wir hier auf die andere Seite. Ne, keine Klapperstörche, ist ruhiger hier. Aber in letzter Zeit war echt schlimm. Also, wie wir gestern vorgestern so erlebt haben mit dem Rumklappern, da war grauenhaft echt. Ne. Der Mann hier, der frisst das Zeug mittlerweile. Ist ja ja gerade weg. Jetzt kann ich ja ein bisschen Scheiß hier machen mit dem Drücken. Und... Ne, der frisst das Zeug schon förmlich. Der ist alle drei Minuten raus. Und ja, fast schon Kettenraucher in der Form. Aber muss ja jeder selber wissen. Ich bin davon weg. Ein Glück. Und das ist eine Droge, die ich gar nicht mehr brauche. Sagen wir mal so. 915 Leute online. Das ist ja schon mal eine Masse, wa. Das ist ja schon mal eine Masse. Boah. Ist ja fertig? Sehr sicher. Drei Zwiegeräuse, die kippe schon weg. So, die webAST. So Leute, was geht da ab? Wo ist der Liker-Button? Wo wird hier geliked, Leute? Mal ganz schnell die 600 voll machen. Ja, das stimmt. Mal 4040. 570 Leute geliked. Guck, mach mal die 600 da rund. Muss da drin sein. Das musst du eigentlich hinkriegen. 914. Guck mal, geht das schon. 75. Jetzt kommen 80. 78, ja. Danke, danke erstmal. Weiter, weiter. 86. Vulkan-Jackpot angasen? Vulkan? Hier ist kein Vulkan. Sonst hätte ich mal Vulkan getrockt für euch. Kein Thema. Aber ist leider keiner hier, Leute. Sonst absolut keiner. Ich übernehme mal die Klimper hier wieder. Dann kann der Poppy nochmal eine Runde laden gehen. So, was geht denn hier ab? Ich habe von draußen gesehen, beim Zigaretten rauchen, dass der Poppy mir ein 8 Euro Schaden gemacht hat. Das habe ich gesehen. Hast du gesehen, dass du das Auge gemacht hast? Ich habe voll das Auge gemacht. Dreckige Auge wieder dieses braungebrannte. Ich habe geguckt, ich habe geguckt, ich habe geguckt, drückt der eiskalt 8 Euro kaputt. Das kann man jetzt immer so erzählen. Aber wir müssen den Mann hier mal sehen, wenn er ein Auge macht hat. Das ist echt ein Bild für die Götter. Ist Jappi auch da? Was für Jappi? Jappi? Meint wahrscheinlich Günni oder so. Jappi? Nein. Was ist das? Keine Ahnung, weil ich nicht gekommen bin. Meine Fresse, wann könnt ihr denn mal rein hier? Ist ja total im Schlafmodus hier. Clown-Bonus ist auch Schmutz. Ich hasse Clown-Bonus selber. Der muss schon öfters mal so zwei anzeigen. Das ist eigentlich ein geiles Spiel. Poppi hat wieder einen Zwanni abgedrückt, sagen die Abonnenten. Das heißt, ich habe einen Zwanni hinter meinem Rücken abgedrückt. Ich verschlauere dich dann. Das ist so eine verkommene Drecksau, der Poppi. Echt. So ein Schmutzfeier habe ich noch nie gesehen. Ach, Jappi ist bei Mont im Casino. Oh. Darauf habe ich gewartet. Ich nehme immer rechts. Ich mag das Spiel. Warum nimmst du rechts? Darum. Immer. Ich nehme immer rechts. Ich weiß nicht warum. Immer. So, jetzt schmeißt man hier eine dreckige Schmutzstute rein. Oh. Oh. Schmauz. 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 Genau die müsst ihr auch aktivieren, Leute. Abonnieren und Glocke aktivieren. Eine schmutzige kleine Dreckglocke da. Ja. 60er. Der Peter, keine Ahnung, ich weiß wo das ist. Der war glaube ich ein paar Tage in Holland gewesen. Der Peter. Ja. Komm mal rein. Einer geht noch. Einer geht noch für den Verschmutzen. Money. Ja. Schmuck. Schon gesehen im Vorlauf. Money in the Bank. Von Geburtstagskind oder Art? Geburtstagskind hat gesagt, spielen wir nochmal Klonbonus. Aber komm mal. Die ganze Zeit 15, jetzt 16 gestellt. War geil. Hat er ein bisschen Bock gehabt. Rund die 1000 Leute sind gleich drin. 965 Leute online. Ja. Einer geht noch, sagst du? Ja. Ne. Leider nicht. Aber gut. Super bezahlt. 120 Piken. Da können wir nicht heulen. 25 Euro ist gut bezahlt. Sehr gut sogar. Ja, ich habe auch voll die heißen Ohren. Leck mich am Arsch, Junge. Echt. Ich glaube, ich brauche mal ein Bierchen, Leute. Ich muss dann gleich mal in Seelenruhe ein schönes Bierchen reinpfeffern. Ein bisschen die Stimme ölen, weil sonst ist sie immer zu rau. Ja, ne? Das meiste geht nicht anders. So 984 Leute drin. Jetzt kommt die 1000er zu 100. 1000 Leute drin. Ja, fast. Wahnsinn. Fast, fast, fast. Der absolute Wahnsinn. Weißt du, wo wir aus dem Auto gestreamt haben? Da waren 200 drin. Ja. Machen wir mal 80 Cent Leute. Gucken wir mal vielleicht vom Thema. Wahnsinn, wie die Zeit Weihnachten hat. Ja. Ja. Ich hätte das gedacht. Wir gucken mal ein bisschen weiter, Leute. Wir spielen mal hier bis 150 auf 80 Cent weiter. Und dann gucken wir mal. Wenn er nichts macht, dann gehen wir ein anderes Spiel rein. Oh, der ist durchgehört. Könnte er was machen. Ja, ich grüße auf jeden Fall alle, die jetzt nochmal neu reingekommen sind. Also wie gesagt, da geht der Rucki Zucki hier rein, raus, rein, raus. Und ja, alle, die dazu gekommen sind. Ich hoffe euch geht's allem gut. Sehr klar. Skepta James Tyson. Kommt gleich und kommt gleich. Bleib locker. Mach dir keine Sorgen. Skepta James? Ja, ja. Ist da nichts mehr? Ich fahre mal drauf. 43 und... 55. Ja. So, jetzt spielen wir erstmal bis 150 runter, dann gehen wir mal in eine andere Kiste. Dann spielen wir da mal Skepta James, damit der Tyson beruhigt ist, damit wir auch mal ein bisschen hochdrücken können. Weil hier so Spiele, Leute, mit so Feature, Freispiele, dann drücke ich fast nie Risiko. Dann nehme ich die Gewinne immer an und warte auf die Freispiele. Weil wenn ich hochdrücken will, dann spiele ich ja nur so Drückerspiele. So Hotschultastic, Frutinator, Blazingstar, Mercomagnus und so weiter. Die Spiele sind dann für mich da. Aber wenn ich Dings, dann zog ich hier so ganz gechillt rein drüber. Alter Sau. Gucken wir mal ein Euro hier. Danke dir, Vendetta. Dankeschön. Ich darf jetzt ein korrekter YouTuber hoffen, ich hab's das irgendwann mal. Ja. Mal schauen, mal schauen. Aber ich kenne mich ja. Ich bin ja ein Typ, wenn ich auf irgendwas keinen Bock mehr habe, dann mache ich das nicht mehr. So, vielleicht kommt halt auch irgendwann mit dem Zocken so, dass ich sage, weißt du was, Zocken kann mich ja ab sofort am Arsch lecken. Ich höre komplett auf. Kann vielleicht irgendwann mal passieren. So, wir gehen mal rüber, Leute. So, dann versuchen wir mal hier. Die dreckige 26. Unboxing. Ich bin 35. So, wir gehen auf die 1000. Noch neun Leute. Leute. Wieder ein paar rausgegangen. Aber okay. So, gucken wir mal. Früher ein schönes Spiel gewesen. Ja, ne? Das ist aber schon uralt, ne? Ja, ja. Wo ist der Fossi? Wo ist der Fossi? Wo ist der Fossi, Mann? Keine Ahnung. Ja. 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 Danke dir, mein Freund. Danke dir. Ja, die 26 läuft so gut, dass jetzt der erste Gewinn kommt. Und direkt im Keller ist. Ja, aber das ist nicht so. Hat schon gleich. Ja. Genau, Leute. Das sage ich auch jedes Mal. Also, ich habe die 84 ja nicht umsonst hinten dran gehangen. Das ist ja mein Geburtsjahr, ne? Von daher. Deswegen. Ja, hier kommt nichts zum Peitschen, Leute, ne? Was ich für ein Landsmann bin, ich bin Deutscher. Ja, Alter, sag da hast du recht, ey. Ich werde immer älter, ey. Leck mich am Arsch, ey. Am Arsch, ey. Schöne Grüße, Achim. Hier passiert überhaupt nichts. Da ist der tote als 1000 Giraffen ist der. So. Gucken wir uns mal El Torero an, Leute. Das ist ein Scheißgebiet. Tja, so ist das. Da müssen wir nochmal 50 rein tun. Mein größter Gewinn, den ich auch hochgeladen habe hier bei YouTube war 10.000. Also, Book of Rafix, 1 plus 1, 4 mal 4 Stück und 1 mal 5. 9.600. Aber das waren keine Ahnung. 9.800. Keine Ahnung. Kein Plan irgendwie sowas. Ja, ich werde jetzt gleich auch mal in den Ruby zocken. Das ist manchmal noch ein Spiel. Da wirft er hier und da wenigstens mal was. Die Bedienung ist dahinten. Was soll die denn hier? Die kommt nur, wenn ich auch was bestelle. Wenn ich jetzt was zu trinken brauche oder was weiß ich. Das wäre meine Halle. Meine Halle? Ja, ich kann ja mal die anderen Leute fragen, die hier rumlaufen. Das muss ich gerade sagen. Manche Leute haben immer Ideen. Wenn ich eine eigene Halle hätte, dann... Keine Ahnung. Aber da war schon ein bisschen einig. Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, geht nicht spielen. Aber wenn ich eine eigene Halle hätte, dann würde ich auch erst recht die Leute dazu bringen, dass die spielen sollen. Aber ich sage immer zu euch, geht nicht spielen. Das ist so bescheuert. Das sind manchmal Kommentare, da kann ich nur lachen. Ja, nein. Hammer, oder? Ja. Wo ist der Fossi? Was weiß ich, wo Fossi ist? Keine Ahnung, Mann. Der Fotti, nicht der Fossi. Die alte stinke Fossi. Nein, der macht auch nichts mehr hier. Da wo Lucky Pharao ist, ist da noch Patte drauf? Ja. Wie viel? Fünf Fertischer. Ja, tu noch mal rein. Ist egal. Ja, ja. Ja Leute, hier passiert wenigstens. Spür mal ein bisschen Mystic Dew. Gucken wir mal, wo wir das Drecksspiel hier finden. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Wenn ich nichts auf den Augen hab. Wo ist denn Mystic Dew hier, Alter? Ist wohl da eine Fackel oder was? Da muss eigentlich immer zweite Seite sein. Ja, mach doch, komm. So, für alle Leute, die nichts auf der Tasche haben. Neuer Kanal. 10 Cent Zocker. Bitte sofort abonnieren. Hier wird aber nur 10 Cent gezockt. Für alle, die Maus sind oder... Keine Ahnung, Platte, scheißegal. 10 Cent Zocker. Ah, Converted. Komm, dann spür mal ein bisschen Converted. Komm. Für alle Süchtigen nach Converted. Auf Gnade. Wo ist eigentlich Haien Spielo? Ist der Rohrspazier nicht drin? Kann doch nicht sein. Dieser schmutzige Haien Spielo. Ah, ich wollte schon sagen, Alter. Was geht ab, Junge? Wo bleibst du? Ist er drin? Ja, ja. Grüße erstmal, alter Schwede. Alter Seuchenfreier. Wie lange ich heute noch zockebaue, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wenn die Geräte abgespielt sind, dann habe ich nicht mehr unbedingt noch mal... 1,550. Noch mal neu Bock hier komplett zu laden. Ich habe jetzt auch 400 Euro drin, Leute. Also so verstreut. Am Anfang an vier Geräte 60 Euro jeweils. Und äh... Ja, und jetzt sind wir in der ganzen Zeit... De Deo. Scheiß Pissbrot. Komm mal rein. So, Leute. Dann nochmal den Tizona Channel. Da geht es nur um das Thema Tizona. Auch bitte abonnieren. Nicht vergessen. Tizona Leerzeichen Channel. Danke. Ch... Des... Wenn du jetzt noch 700 Mal hier reinschreibst, wo Fossi ist, dann... Keine Ahnung, kann ich dir immer noch nicht helfen. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn du mir noch 60.000 Mal den gleichen Kram hier reinschreibst. F***ing Spam. Weil ich im Monat so verzocke... Keine Ahnung. Ja, wenn es schlecht läuft, so zwischen 5.000 und 10.000 auf jeden Fall. Also die Videos fallen ja nicht vom Himmel, Leute. Und wie ihr ja sehen könnt, ich fühle mir alles. Und da habe ich auch sehr, sehr viele tote Messen mit dabei. Von Virtus Orum kann mich auch mal am Arsch lecken jetzt. 262 ist Mystic Dew, Leute. Ne, 226, ok. Heiss, die Kiemen kommen ja. Ja, wie immer am Verkokeln hier. Komm mal auf 50 Cent. Das hat irgendwie so einen leichten Abkacker hier. Ne, Millionär bin ich leider nicht. Vielleicht kann mir ja jeder ein oder andere helfen. Ja. Wenn jeder ein Tausender spendet, dann komme ich vielleicht in die Ecke so. Aber guck mal, wir sind jetzt hier gerade 932 Leute online. Wenn jeder 50 Cent spendet würde, wird es auch schon kostenreicher machen. Ja. Wenn, wenn jeder 50 Cent. Ja. Wenn das wird und wenn nicht wäre. Ja. Ja. Ja, so sieht's aus. Ich habe da noch einen Abo-Wunsch. Ja, Manuel, die Worte will ich nicht in meinen Chats haben. Deswegen musst du eliminiert werden. Wenn. Solche Faxen habe ich keinen Bock. Also, wenn alles korrekt ist. Ne, man kann hier korrekt schreiben und labern und Wünsche äußern oder Fragen stellen. Nein. Aber nicht so einen Piss schreiben. Also, keine Ahnung. Spenden kann man unten rechts. Da ist ein Dollarzeichen. Da steht Super Chat. Und da kann man drauf gehen und da kann man das machen. Also für die Leute, weil gerade gefragt worden ist, wie kann ich das machen. So, was sagt eigentlich mein Akkustand? Oh, 73% läuft. Läuft. Ne, die Kisten laufen gar nicht. Was ist das? Die sind doch mausototot hier. Die drei ist doch nicht mausotot. Hi, ein Spilo. Was schreibst du? Ich trich euch auch gemütlich über meinen viel K.U.A.D. Wai, 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 wai. Mach der noch Show hier. Gut. Danke dir, Marco Just. Marco Just Just. Ja, wie auch immer. Ja, Doppelbuch wird gleich auch nochmal angegast. Also, das lasse ich mir ja nicht gefallen. Ja. Also, Datti ist ja wirklich. Was denn los hier? Wenn er reinkommen will. Bei dem Spiel zeigt er 5, 6 mal 2 Stück. Zwei Stück, zwei Stück. Ja, klar. Auf Ehre passiert hier leider nichts. Spielbankvideos kommen auf jeden Fall auch. Macht euch keine Sorgen. Ja. Vielleicht mal nächste Woche am Wochenende oder was. Gehen wir mal gucken. Danke dir, Vasilios. Liberides. Mein Gott, ihr Griechen. Ihr habt immer so Zungenbrecher. Ich schwöre. Ihr habt 700 Buchstaben für einen Namen. Ich verstehe das gar nicht, Mann. Ja. Ein kein Montana wives. Oh, Marco Just, noch mal 10,99€. Danke dir, mein Freund. Jetzt wir fahren zusammen und qi die Caffeekasse führen. Diese 10 Euro sind ja bei mir ins Herz reingefallen, dass das überhaupt noch schlägt. Danke dir, Marc Schulz. So Leute, andere Kiste. Wir müssen zu einer anderen Kiste, weil ihr habt selber gesehen, da ist ein Sachschaden entstanden an der Dreckskarre. Da habe ich fast auf Null gespielt. So Leute, was zocken wir? Baut mal schnell einen raus. Hexenkessel, hast du recht, das habe ich lange nicht gezockt. Habe ich lange nicht, habe ich Ewigkeit nicht, obwohl ich immer Glück hatte. Weißt du, einmal mit Roulette, Peter habe ich einmal hier und sonst auch. Danke dir, Prings. Okay, 1 Euro, Dankeschön. Ja Leute, ich danke auf jeden Fall. Rein generell für den Support und was weiß ich was. Die dreckige Hexe. Warum meine zu wenig rausgeschissen aus dem Arsch, was soll das? Zu wenig. Eine fehlte. Ja, online mag vielleicht bessere, äh, bessere Dinge sein, Austauschquoten oder sonst irgendwas. Das mag alles drin sein, Leute. Vielleicht werde ich mich da auch mal dran trauen. Oder mal reinschauen oder sonst was. Mit von Trauen hat das ja, ist ja da gar keine Rede. Aber, ähm, schau mal. Was war das denn jetzt hier? Wie, 61 Euro? Was soll das denn? Äh, Irina, lucky lady, das kann man machen. Das ist hier, äh, kein Muss, weil viele immer wieder fragen, ey, wie können wir, äh, Dingens machen. Wie kann man hier eine Donation zukommen lassen? Zwecks Content oder sonst irgendeine Scheiße. Ja, und das ist halt dann hier die Möglichkeit, um, äh, das zu machen, ne? Über den Dollar Button. So, ich wäre jetzt mal dafür, dass wir hier gleich die Atari rausholen. Ich spiele da ein bisschen, äh, Pac-Man und Dschungelhut. Weil, äh, mir passiert ja sonst nichts. Ne? Soll mal, bitte? Du sollst mal die Atari rausholen, fernsehen. Ich spiele hier ein bisschen Pac-Man und Dschungelhut. Ja, kein Problem. Der dreckige Raspo, ja, den werde ich gleich auch nochmal ankorbeln, den alten Kackfeiern. Ist der Spielo noch drin? Ein Spielo ist immer hier drin. Der gönnt sich den ganzen Scheiß auch hier. Ist der Kanski hier auch drin? Nein, der guckt auf Fußball, hab ich da eben schon gesagt. So, okay. Der wird auch schon längst da. Raspo-Ti. Boah, ich krieg hier schon wieder leichten Rücken. 171, was war das nochmal für ein Spiel? Ah, Convert is all room. Das habe ich ja eben schon gezockt, Mann. Ja. Das war doch eine Schmutzpille da. Ein richtiger Taktkampfer-Taktkampfer-Spiel. Ne, 1000 ist Ende. Geht nicht über die 1000 hinweg. Keine Ahnung. Ja, ich sag ja, viele sind unterwegs, haben noch Geld. Sind ja wieder selber zocken, sind am Feiern oder sonst was. Alles cool, mein Gott. Die 70, ist 70 nicht Dynamite Joe? Bin ich da nicht falsch? Bitte? Die 70 müsste doch Dynamite Joe sein, oder nicht? Dynamite Joe, ja, könnte ich mir. 70? Oder ist das 140? Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ey. Ah, der Bildschirm hier ist ein bisschen verzogen, Leute. Ja, Dynamite Joe, sag ich. Ja, ja, müsste Dynamite Joe sein, Mann. So, gucken wir mal auf den Schmutzpiranha hier. Ja, aber manchmal ist gut, manchmal geht rein. Ja, Jokoskip werden wir gleich auch nochmal anbasteln. Haben wir alleine mehr gespielt, ne? Ne, hab ich ewig nicht gespielt. Das muss ich ja wirklich sagen. Ja, Mr. Max Bin, Max Leider. Ich seh das schon, Leute. Macht euch mal keine Sorgen, aber ich kann nur eins nach dem anderen spielen und nicht träg 700 Stücke auf einem Bildschirm. Also, das würd ich ja gerne machen, geht aber nicht. Pizza Express. Pizza Express ist, glaub ich, gar nicht hier drauf. Haben wir gestern auch gesehen. Pizza Express ist 484, ne? Kurze Werbe an Lendung. Bitte bleiben die trotzdem dran. Ihr habt den Tisona-Channel gerade nicht abonniert, die meisten. Danke, Dominik Beng. Ja. Der kommt noch zu uns. Kommt neuer Stoff jetzt die Tage. Schön abonnieren. An die ganzen Schmutzfreier. Ja. An die ganze Schmutz-Army. Oh, 30, oder? Schweizer Franken? Einen Moment. Ich habe Schweizer am Geld. Liebe Grüße und macht weiter so. Schöne Grüße in der Schweiz. Drohne24. Ich danke dir für die 30 Papp-Chinesen. Und, ähm, ja. Die Schweizer haben noch nie. Ja, die Schweizer haben Pate. Ist noch in der Liga. So, Leute. Nein, ich habe keine Brille. Was für Brille, ey. Mit 17, mit 300-fach Verglasung, oder was? Nein, habe ich nicht. Ähm, was wollen wir noch mal spielen hier? 53, ja, komm, J. Joe. Da machen wir das mal für dich hier. Was ist das? Space Man? Was ist das denn? Guck dir den Trottel mal an. Was soll da kommen, ey? Das ist so ein Kackspiel. So, ich gebe das Handy noch mal weiter hier an den Poppi. Dann kann der das mal moderieren, ey, das Drecksspiel. Weil ich gebe mir mal, ich gebe mir mal eine Pfeffer, nämlich, weil ich muss mal eine rauchen. Boah, guck mal. Da schießt du wieder an. Hä? Hast du noch Plänke? Nein. Ist alles drin. So, ich weiß zwar nicht, wer das ausgesucht hat, das Spiel, aber naja, ich finde es gut. 9,28 Leute drin, 649 Däumchen nach oben. Ja, da wird ein Däumchen, das klappt noch nicht so richtig, aber da müsst ihr nochmal ein bisschen nachlegen. Ja, grüße euch erstmal alle. Ja, ist alles toti bei mir, ne? Guck mal. Äh, geil. Einfach nur geil, das Spiel, echt. Ja, da muss man wieder was Frisches rein. Diese Ausgutgeschichten sind geil, finde ich von den Spielen. Die neuen Spiele, die 60er Pakete, was vorne auf der Frontschabe, ist alles Dreck. Geh auch lieber in meinen Top-Game-Sektor ein, das habt ihr schon richtig erkannt. Da sind die Quoten nur ein bisschen anders. Boah, ein bisschen Laden hier, ne, Leute. Ihr wollt ja noch ein bisschen vom Stream sehen hier. Das heißt, wir landen die Spenden, Leute. Also die landen automatisch hier in den Mistkerker wieder. Die Spenden landen alle in den Automaten. Oh, guck mal. Komm, hört genau, hört man einfach anders und Geräusch. 25 Euro für drei Sonnen, aber das geht noch, finde ich. Mr. Max. Ufo, Oberhausen. Ja, war mit mir schon mal zusammen, klar, natürlich. Wir kennen so ziemlich alle Hallen hier in NRW. Das ist also, wo war ich meine Zeit lang jeden Tag drin? Auch eine schöne Halle. 100 Geräte oder 120 Geräte circa, ne? Wir kommen hier aus dem Kreis NRW, Raum, Düsseldorf, ne? Welche Halle wir spielen, da können wir jetzt natürlich leider erst nicht sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass da eine Invasion hinkommt, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. War mir nicht böse, aber... Sollten wir noch Kohleleib machen, ja? Wegen der Sicherheit. Ja, geiles Spiel. Bloß, wie komm nicht rein, die drei Platzen? Ist das die Halle am Bahnhof, wo die Dönerläden sind? Nee. Muss ich leider enttäuschen, mein Freund. Hier gibt's ja einen Dönerladen. Ja, Getränke muss man leider hier bezahlen. Guckt der Manni? Macht ihr ein Auge? Scheiße. Hat schon wieder ein Auge gemacht. Ich hab ein Auge gemacht. Ja, ja, ich weiß. Machst du permanent ein Auge. Und deswegen ja 15 Spiele macht er noch ein Auge. In Essen, ja klar, in Essen kennt uns natürlich auch aus. Wo, Vorbeck, Rüttenscheid, überall. Klo-Videos, ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, Klo-Videos. Frage an, ob die Klo-Videos noch kommen. Oh, jetzt drin der Fisch. Guck mal, wie du durft. Saug gern. So. Jetzt könntet knallen. Wollen wir mal? Wir waren ja auch früher, die Spiele waren ja alle auf der Frontseite auch damals drauf. Und die haben sie alle jetzt nach hinten ins Top-Game-Menü gelegt. Keine Ahnung warum. Aber Fünfer, alles noch mager, ne? Kleine Verlängerung. Grüß dich, Markus. Schmutzgewinne. Auf die Sensor bin ich. Schade. Kombiniert auch ein bisschen komisch, ne? Ich bin 52, für alle, die es noch nicht wissen. Wiesbaden kenne ich gut. Eine coole Stadt, weil ich früher sehr oft an den Ringen zog. Mag ich, fahre ich auch nochmal hin an Wiesbaden. Vielleicht sehen wir uns mal da. Nein, bin ich nicht. Oh. Da haben wir da fünf Stück. Aber für 50 Cent Marge, oder was meint ihr? Grävenbräuch kenne ich auch, ja? Dün, dün, dün. Kombiniert so komisch, da müssen wir immer zweimal hingucken. Ah ja. Frührente, genau. So, Endergebnis, weiß nicht, 30 Euro, 50 Cent Einsatz. Ne, 39 schlappen. Dün. Tja, Leute, da habt ihr mehr gespendet heute, als wir rüber reinkamen, muss ich ja sagen. Wundere mich überhaupt über die Donations. 128 Euro sehe ich gerade auf dem Stand. Und habe erstmal auch herzlich zu danken an alle, dass ihr euch dazu bewogen habt, mal die Tasche locker zu machen. Und hätte ich gar nicht gedacht, dass so eine Summe mal zustande kommt. Und ist schon überraschend, ne? Von dem Geld her, 128 Euro bis jetzt, von den Donations her, ist schon ein Tutti, ja? Ja, ja, da bist du ja sehr nett von den Abonnenten, aber die wissen ja auch, dass die Kohle ja auch immer permanent drauf geht, ne? Ja, also wie gesagt. Das ist ein Drecksspiel, oder? Was hat er eigentlich gerade geworfen? 31 Euro. Wow. Schon ein bisschen verkötet, ne? Da hat er sich ja richtig einen gönnen lassen. Ja, ja, ist da eine. Willst du saufen? Guck mal her. Dann nehme ich mal her. Oh, der haut mich schwer. Er legt mich am Arsch. Seit Händen ist schwer, ne? Komm. Jetzt haben wir noch Probleme von dem Unfall, ey, mit dem Halten. Ja. 984 Leute, komm jetzt. So, Baby. Sau, der. So. Jetzt meine Frage. Das ist eine blöde Fresse, der hat, ey. Warum nicht einen runterlassen? Das können die dich da nicht mehr? Was denn? Tisona Leerzeichen Channel, Leute. Guck mal. Nur Tisona wird da gezockt. Das ist der Tisona Channel, da wird nur Tisona gezockt. Kriegt er keinen Appetit von euch? Einen dicken Saukel, kannst du mal da buchen, kurz? Oh, war da hinten? Ja, ja. So, Leute, wir werden mal hier bis 70 Euro spielen. Wenn er nicht reingeht, dann spüren wir mal Jokers Cap. Oh, Hot Dragon. Ich hasse Hot Dragon. Alter, sei mir nicht sauer. Alter, das ist so ein Piss-Spiel, ey. Welches? Äh, Bitburger kommt später in ein Spiel, du. Kommt auch noch ins Spiel. Aber nach dem Stream erst. Tisona war ein schönes Spiel, aber... Ich hab da richtig schön Stoff vor euch vorgedreht. Ich hab da richtig schön Stoff vor euch vorgedreht. wie so ein Affenzahn, weißt du, das geht auch nicht. Ich glaub, wenn er noch einmal zeigt, dann macht er auf hier. Ich hab da so ein blödes Gefühl, ey. Ich weiß nicht warum. Weißt du, ich hab ja gesagt, der kommt dann. Guck mal, jetzt geht's los. Was kommt da? Jorak kommt da. Fünf Sonnenbrauchenbach. Damit hier was klappert unter aller Sau. Man kann sowieso. Der kombiniert so gucken. Man sieht da nicht richtig irgendwie die zusammengeleimer. Ne, die können ja stehen wo die wollen. Früher hat er kurz verlängert den Bach, finde ich. So. Nein, nicht in Grevenburg. Wir sind nicht in Grevenburg. Wir sind nicht in Grevenburg. Wir sind nicht in Grevenburg heute. Komm jetzt. Nein. Alter Sau. Ach so, du wolltest Hallo sagen, Jacqueline. Ich hab das jetzt nicht, weil das war so, die haben so, ja, hätte auch Tschö heißen können. Grüß dich da, hey, alles fit bei dir. Du hast für Iserlohn. Wir sind nicht in Iserlohn. Ich bin nicht in Iserlohn. Nein. Bitte, Dimitros, kein Problem. Videos mache ich ja oft und auch gerne viele. Ne, und von daher. Wofür ist die schmutzige Sonne da? Ich dachte, das ist Joker hier für irgendwas. Wir brauchen noch eine ganz dreckige Verlängerung hier. Damit wir mal ein bisschen im Spiel bleiben hier. Grüß dich Stefan Meier. Fünf Qs, ne? Ja. Das Geräusch, ey. 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 994. Ich komme jetzt mal auf die 1000 hier, oder was? Grüß dich, Dave. Viele haben auch schon dir gefragt, was los ist. Ich habe gesagt, ich werde da nichts drüber sagen. Es sind private Sachen. Ähm, ja. Ja. Wie machen wir die 1000 davon, Leute? Mani knackt noch Guinness Buch. Der Weltrekord, die meisten Abonnenten. Ja, vielleicht, äh, wenn ich Glück habe hier in unserer Szene, aber nicht, äh, in anderen Sachen. Ihr könnt gerne den Like-Button weitervergewaltigen und den Spende-Button könnt ihr auch weitervergewaltigen. Äh, wir freuen uns auch über 10 Cent. Wir hatten gerade schon 1.003 Leute. Jetzt haben sich wieder ein paar verabschiedet. 999. Wie geht er weiter jetzt? Jetzt kommt die 1.003. 994. Ja, gut. Manche rein, manche raus. 676 Knochen sind oben. Stark, Leute. Stark. Ganz, ganz starker Stream hier. Ja. Ganz stark. Jokers Cap kommt jetzt gleich bis 100. Dann wechseln wir das Spiel, dann gehen wir auf Jokers Cap. Aber keine schlechte Empfehlung, oder? Äh, ne, war okay. Ein bisschen zum Rumhummeln war das okay. Ist ja keine Patte mehr drauf hinten. Alles gebucht? Ja, alles gebucht. Ja. So, Kerle. Jo, Ulfpange, was geht ab? Nee, in Grevenbrüch zocken wir nicht. Nee. Schöne Grüße, Andreas. So, wie gesagt, jetzt kommt erst mal Jokers Cap, dann Mix Slider und dann werden wir mal in den Ruby zocken. Also die drei Spiele habe ich jetzt erst mal auf dem Sender hier. Und, ähm, ja. 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 Sieht's aus dicker. Was ist denn los hier, Mann? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Abonnent-Tipps machen bis jetzt eigentlich okay, ne? Ja, alles gut, alles gut. 16. Ah, die bezahlt doppelt. Okay. Weil eigentlich 208 Euro. Ja, gut. Vielleicht geht der jetzt nochmal auf 80 Cent rein, weiß man nicht. Mhm. Ja, genau. Ich mache vielleicht noch einen Beauty-Channel. Ah, Beauty, ne? Was sage ich zur Niederlage von Bayern? Ja, da war natürlich zum Kotzen, ne? Dass die auch noch zu Hause verlieren. Aber ich weiß nicht, ey. Die Saison irgendwie zu Hause sind die bisschen am schwächeln, ne? Auch gegen Berlin so ein Drecksspiel da gehabt, ey. Keine Ahnung, aber ja, die Bayern werden das schon machen. Vielleicht waren die ein bisschen platt hier vom Spiel gegen Tottenham da oder was. Aber ja, eh gut. Muss ja auch mal sein. Rote Atlas. Was soll gehen? Alles gut, Mann. Alles gut. So, wir machen jetzt mal einen Spielwechsel hier. Jokers Katze schmeißen wir jetzt mal rein. Genau, keine Eier für 2 Euro. Ich habe Angst. Wenn es 2 Euro spielt, muss ich Pampers anziehen. Ich muss erst zur Drogerie, weißt du? Ich muss erst zur Drogerie. Eins haben wir vorher immer lange. Hier seht ihr mich dann noch. Ich habe mich noch gesehen, ey Geier. Ähm, naja. Lange nicht mehr gezockt, ne? Ne. Schauen wir jetzt mal rein hier in den Verschmutzen Kappe. Ob da... Kein Thema, JJ. Wie gesagt, also ich spiele gerne hier alles kreuz und quer. Nur das Problem ist halt, ich kann nicht alles zocken, ne? Aber das geht natürlich nicht. Ja, da hast du recht. Die Finger guckt mich ein bisschen. Ich will ganz ehrlich sagen, wenn ich noch gleich du hier... Was denn? Die Leiter risikolassen. Ja, was willst du denn hier drücken? Da kommt doch nichts. Ja, ich muss schon da drücken. Ja. Das ist natürlich ein Kammer gewinnt. Black Hole. Ja. Ich spiele mal hier bis 70 runter. Wenn er keine Kappe macht, dann mache ich Spielwechsel. Was soll ich machen? Ich habe jetzt hier keine 7 Stunden. Kaum 10. Ja, guck mal. Nur Spott. Wir zählen jetzt nach. Müll. 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 Komm, halt einfach drauf. Halt einfach drauf. Nicht drauf. Doch, halt raus. Das muss ich machen. Also. Poppy, du kannst nichts. Echt. Wer ist dafür, dass der Poppy die fristlose Kündigung kriegt? Dann schreiben wir alle jetzt nur Ja rein. Nein, nein. Wer Nein schreibt, gucken wir mal. Danke dir, Marvin. Dann guck mal, gleich einer mitleid mit mir. Gleich ein Euro gespendet. Ich schreibe, guck mal. Ja, 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 ja. Das ist ein Mitleid. Nee. Ja, ja, ja. Ich bin rabiat. Ich habe keine Gefühle mehr. Vor allen Dingen nicht für Automaten. Ja, ja, nein. Nein. Ja, ja. Nö, nö. Ja, der Poppy, ja. Die Leute wollen den Drecks, ey. Mit den 3, 4, 9 hat der Poppy nochmal den Arsch gerettet hier. Sonst hätten wir den hier sofort verlassen. Oh, jetzt geht's doch weiter. Jetzt kannst du mich, du. Nee. Ich hätte gedacht, er spürt sich so ein bisschen regeneriert. Wo, äh, was war nochmal? Die Nummer von Max Slider. Guck mal ganz kurz bitte. Max Slider? Da ist doch nichts drin, ja. Ja. Tote Kappe, ey. Guck dir das an. Ach. Ach. 80 Cent. Ja, richtig. Poppy hat die gelbe Karte gekriegt. Und, ähm. Bei der nächsten Aktion ist der Poppy auch sofort suspendiert hier bei mir auf dem Kanal. Da kann er von zu Hause zugucken, wie ich die Videos am Korbeln bin. So, wir haben die 1000, 1021 Leute sind drin, Leute. Ich grüße alle, die neu reingekommen sind. 150. Und sich den Schmutz hier mit mir reinpfeffern. So. Machen wir mal kurz jetzt Max Slider rein, Leute. Max Slider kommt jetzt. Geiles Spiel, ey. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das ein geiles Spiel ist, ey. Doch, doch. Der Abonnent hat von euch. 150, ne? Ja. Gut. Super Idee. Max Slider. Aber wenn er da oben anfliegt, sieht richtig mann. So. Gucken wir mal. Fangen wir mal an hier. Okay. Zwei Reihen haben wir schon mal. Oh. Oh. Schwarz. Warum nicht so im Zählen? Was soll das? Ja, da gibt es so eine Regel, so man kann nicht. Maschallah. 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 Sagen wir mal so. Ah, wir sind in verschiedenen Spielhallen, Sandra. Also mal hier, mal da, keine Ahnung, da wo wir grad mal Bock haben, ne? Ja. Wir gehen mal da hin, mal da. Wir werden auch in letzter Zeit etwas erkannt. Ja. Wir haben ja gesehen, man hat uns schon... Manchmal dann bist du draußen oder... Das Problem ist, wenn ich was zu trinken oder so bestelle in irgendeiner Spielhalle oder am Telefonieren mit kurz, dann gucken viele schon so. Dann... Viele haben auch schon immer gefragt, so, ey, bist du Moneymaker, bla bla bla. Oder wenn ich am Filmen bin oder so, ne? Dann... Aber ja, gut. Mein Gott. Das ist ein geiler Kommentar. Ich bin ja hier kein Superstar. Ich bin ja hier kein Superstar. Das ist ein feiner Kerl, aber doch nichts. Ja, ist ja was. Ey, danke für das Kommentar. Also die Worte hab ich ja noch gar nicht gefunden, Alter. Das war wirklich sehr, sehr gut. Aber ihr müsst euch... Also... Ja, das stimmt. Puppi, ich muss meine Abonnenten da wirklich in Schutz nehmen. Die wissen ganz genau, was die erzählen. Oh. Und wir überall filmen dürfen, ja. Wir dürfen aus dem Grunde filmen, weil wir genau wissen, wo wir hingehen zum Filmen, ne? Ja, im Sonderstatus. Ja, aber so schon. Also... Ich hab viele Spiele, wo ich die Chefs zum Beispiel auch kenne, oder was, ne? Wo ich dann sage, ja gut, ich geh extra dahin, weil ich auch weiß, da kann ich filmen. Wenn ich ja nicht filmen könnte, dann wird ja gar nicht erst auftauchen. Also deswegen, Leute... Deswegen. Manche mögen uns auch von daher gesehen, ne? Ja, deswegen haben wir da schon gewisse Freiheiten. Ja, die Mitarbeiter müssen natürlich auch ab und zu geschmiert werden. Mit dem Zwanni oder dem Fuffi oder was. Schön posiert. Was ja auch nicht das Problem ist. Und dann haben wir da auch ein bisschen die Ruhe, ne? So, wir lassen mal noch ein bisschen hier Lope. So, okay. Und da ist die Show wieder vorbei. Sparta kommt gleich auf, Leute. Macht euch mal keinen Kopf jetzt hier. Ganze Dreck... Oh, da ist ein ganzer Versch... Äh... Sparta wird jetzt gleich reingepfiffen hier unter aller Sau. So... Ey, das ist ein Spiel, das musst du auf Zeit spielen. Lange. Dann geht der irgendwann, geht der rein. Aber die Frage ist, was schmeißt der da oben? Verschmutzen 60er? Na, ihr könnt mich hier sehen, so durch den Bildschirm. Ne, hier. Ja? Ja, ja. Dann glaub ich nicht. Doch, doch, hier. Guck mal hier, du kannst sogar durch den Handy sehen hier. Siehst du die Kamera? Na, ja. Ist doch kein Thema. So ein hässlicher Vogel bin ich ja nicht. Hier sind ja keine Gewinne. Hier ist ja... Karfreitag hier. So, Leute, Spielwechsel. Indien-Ruby, hab ich gesagt. Und, äh... Tizona-Lehrzeichen-Channel nicht vergessen zu abonnieren? Äh, ja. Da muss ein bisschen mehr kommen, Leute. Viel Glück mit Indien-Ruby. Da muss ein bisschen mehr kommen. So, Leute. Gucken wir uns die Schmutzkarre mal an hier. Zeig mal dein Tattoo, ja? Welche soll ich zeigen? Ich hab linker Arm, rechter Arm. Ich will jetzt hier nicht durch die Gegend springen. So, ne? Deswegen. Oh, ja. Der Trampelfahrt ist am Anfang. Oh, ja. Okay. Ja, jetzt drei Stück. Mino einen. Oh, das ist so ein Drecks. Schmutzige Soße hier. Ganz schmutzige Soße. Schmutzige Soße hier. Nochmal, äh, kleiner Aufruf. Tizona-Lehrzeichen-Channel. Bitte abonnieren. Aber sofort. Der Popcorn, der ist, äh... Der Popcorn, äh, macht den Störsender heute hier. Extra für euch. Der knallt hier gnadenlos rein. Musst du 2000 Abonnenten hier voll machen, bitte. Warum warst du dann in Grevenbruch? Wer war denn in Grevenbruch? Wer war denn in Grevenbruch? Hier ist doch keiner in Grevenbruch. Das ist Grevenbruch gewesen. Ich weiß gar nicht, wo können die reden. Was für Grevenbruch, Mann. Grevenbruch. Sag dir, ich bin da jeden zweiten Tag in der doppelstückenden Halle, wenn ich da einmal in Grevenbruch. Ach du. Okay. Vielleicht hat er mich da gesehen. Ja, der Poppi, der war schon ein paar Mal da, Mann. Der alte Scheißfreier, der war da immer schön am rumgeiern. Hat er noch schön die Sterne und alles gefressen. Ja, hä? Hinter meinem Rücken. Diese vollkommene Drecksau, ey. Ja, und hier sind sie draufgekommen, Paul. Ja. Wir 10 Cent zocken auch noch mal bitte. Das ist ein Kanal von mir. Für alle finanziell Schwachen. Ja. Und chillen. Da konnten sie nicht merken. Aber Tisona konnten sie nicht merken. Ich weiß nicht, warum hat Tisona letztendlich... Poppi ist schlimmer als TV-Werbung, schreibt der Haienspilo. Ja, die wollen doch frischen Stoff haben. Oder nicht? Ja, sicher. Wie du, sind ja alle schon vorgedreht. Tja. Warst du schon mal im Urlaub in Griechenland? Ne, in Griechenland war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Vielleicht fliegen wir da mal hin für den Tag, nur um mal einen Gyros zu fressen. Ja, ne? Wart ihr zugelegt auch mal... Ja, klar. In der Vegas waren wir gewesen. Gute Sandra. Genau. Warum hast du mich da gesehen oder was? Oder uns da gesehen? Ja, das kann doch schon sein, klar. Ja, Silvester muss jetzt gleich auch mal angegriffen werden. Das sind ja jetzt einfach nur mal die Wünsche, die hier nochmal am rechten Arm... Manni, warum isst? Achja, was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Juck mich gar nicht, wer hässlich und schön ist. Also ich glaube nicht, dass ich ein hässlicher Vogel bin. Schöner, das ist immer Subjekt hier. Ja. Deswegen. Der eine sagt so, der andere so, aber wen juckt das hier? So Leute, was wollten wir jetzt hier nochmal zocken? Was wollten wir jetzt nochmal zocken? Mr. Max Wind, Ghost Slider. Okay, Rasputin kommt gleich zum einen. Das ist keine Sorge. Mr. Max Wind, guck mal. Guck noch mal kurz die dreckige Nummer von Mr. Max Wind, bitte. Haben wir denn hier überhaupt so nix, ne? Guck mal. Da kommt nix, dicker. Hier oben. All on Bastard finde ich scheiße, ja. 256, sicher? Ja, weiß ich nicht. Gib mal ein, die scheiße. Ne, sicher. Ach, den Peter hast du gesehen, Sandra. Ja, was soll ich sagen. Mr. Max Wind ist das nicht verfügbar, Leute. Das ist schon scheiße. Warum das nicht verfügbar ist? Kein Plan. Ja, ich muss hier nochmal einen schmutzigen Spielwechsel machen. Nein, Markus. Das bin ich nicht. Durchmauerspielwechsel, Leute. Vikings ist leider nicht hier drauf, sonst hätte ich Vikings gespielt. Das wäre auch nicht das Problem. Dann spielen wir mal das hier, weil der da hinten, der kriegt ja gar nichts geregelt. Okay, dann muss der Mann hier ja wieder selber machen, Leute. So, dann bringen wir die drei dreckigen Manneken. Ganz verschmutzte Mannekes brauchen wir hier. Hier frisst er auch manchmal schneller als ein Kanonfutter hier, ne? Ja, aber komm erstmal drauf rein. Das ist schon mal ein komisch aus dem Jensatz. Wenn ich mich mal zeigen würde. Ja, bestimmt irgendwann. Wir werden uns alle immer mal sehen, alle. Gar kein Problem, Mann. Das ist nur eine Frage der Zeit, Leute. Wenn man überlegt, die Party irgendwann mal zu schmeißen und dann sehen wir uns sowieso, alle. Hoppy, wie hießen die anderen Channel alle? Der dreckige 10-Zen-Zucker-Kanal ist das. Einmal den 10-Zen-Zucker. Und Tisona-Channel. Tisona-Lehrzeichen-Chinger. Tschüss, jetzt hat er auch fast verblockt immer. Wen soll ich blocken? Ich habe jetzt hier nicht gesehen, was abgeht. Chantal, geht doch nicht. Jetzt nicht. Hier die schmutzige. Könnt ihr sehen? Die Sonne hat jetzt einen Channel. Die Kamera ist klarer als Wassermann. Und, warte mal, die meisten kennen mich ja noch gar nicht. Die wissen immer, dass wir bei der Sonne sind. Dankeschön, Mausibärchen. Mausibärchen. Schönes Mausibärchen. Und der gute alte Popcorn ist natürlich auch noch vertreten. Aber zum Ende werden wir alle Kanäle noch mal erwähnen. Und, ja. Ja, Leute, das ist auch ein Drecksspiel. Das seht ihr ja selber. Da passiert ja ja nichts. Ihr kriegt nicht mal eine Chance. Also, Tisona mal gerne reinschauen. Da wurde ja gestern viel vorgedreht. Und, gibt ja ein paar Tisona Freaks von euch. Danke dir, dat Pfiff. So, ja, danke Leute, danke, danke. Okay. Ah ja, Sparta wollte ich noch spielen. Guck mal. Der rollt nur runter hier. Der kleine dreckige Kobold. Ja, aber ist ein Spieler. Geht da einmal rein und dann kriegst du wieder einen Brand drauf. Dieses Miststück. Ja, ja. Aber wann geht der rein? Nächste Woche bringt mir das auch nichts, wenn ich kein Geld mehr drauf hab. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. So. Dann werden wir mal hier ganz schmutzig. Ich werde jetzt hier mal Sparta anschmeißen, Leute. Und, ähm. Dann schauen wir mal. Hier ist der dreckige Spartaner. Gucken wir uns den Dreck mal an. Vielleicht kommen wir ja mal rein hier, oder was? Oh ja. Ne. Ja Leute, ihr könnt gerne noch den Like-Button vergewaltigen. Und den Spende-Button auch gerne. Genau, so sieht's aus, Sascha. 50 Cent hat jeder. Dann sind wir auch alles reiche Männer dann anschließend. Die Donations, lass uns zu wünschen, genau, oder? Ja. Der eine so, der andere so. Aber letztes Mal haben wir doch einen Abonnenten getroffen. Wurde mir sogar einen Zehner geben. Ja, ja. Genau, genau. Also, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das hab mich so gewundert, ne? Ich hab mich nicht angenommen, aber... Ey, bist du der Moneymaker? Ey, geil! Wir haben Prominenz im Haus, was? Sehr geil, was? Wir haben uns kaputt gemacht. Was für Prominenz, Mann. Aber war schon ganz lustig, ne? Äh, Jacqueline. Welcher Ehemann? Bin ich dein Ehemann geworden jetzt? Der Mann mit der geilsten Stimme. Ja, Dankeschön. Aber soll ich sagen, keine Ahnung. Ich höre immer wieder Stimme, Stimme, Stimme. Und, äh, ja. Also, dass das wahrscheinlich mal einen eigenen Radiosinn hat. Der wäre jetzt mal eine gute Idee, oder? Ja, Geier, Mann. Viel Spaß beim Geiern. Kein Problem. Bei tausend Leute kann man schon mal ein bisschen geiern. Ne, mit dem Knossi haben wir noch nicht gezockt. Aber der kann gerne mal mit uns zocken. Ne, hör mal auf. Der Knossi schreit zu viel, Mann. Bei jedem Freispiel... Wenn du hinkommst. Kein Thema. Zocken wir mit dem Knossi auch zusammen. Bei jedem Freispiel hat er Blut in den Füßen sitzen, Mann. Da bin ich viel zu gelassen für. Ja, danke erstmal. Ja, danke erstmal. Patrick... Fünferchen. Patrick, Dankeschön. Ich habe eigentlich noch mal eine gute Nachtgeschichte erzählen. Ja, wollte ich vielleicht machen, aber... Keine Ahnung. Patrick, danke für die Donation. Danke dir, Patrick Geisler. Fünf Kröten gespendet. Für die verzockte Bande hier. Für die verzockte Kaffeekasse für die Verträgte. So, was ist denn hier los, ey? Kommt ja ja nix, ey. Die Kisten sind ja sowas von tot, ey. Ja, ich wäre vielleicht ein guter Rapper. Nicht mal schauen. Vielleicht muss ich mal ein bisschen ummodeln, hier du. Aber wenn, dann werde ich zum Battle Rapper. Manni, du wolltest ja nicht. Ja, Jacqueline. Was soll ich machen? Lass doch mal die Scheiße hier. Manni, schon wieder ein Post hier. Ja, was soll ich sonst machen? Hier ist ja nichts los. Ist ja Mose tot hier. Mose tot. Acht Euro, Vasilos. Danke dir, mein Freund. Du machst mir extra acht Euro, nur damit ich Zungenbrecher mache. Weißt du? Hier wieder griechischer Kollege. Vasilos Liberides. Mein Gott, den haben wir doch schnell gelernt hier, Alter. Dankeschön, Bruder. Nimm ein bisschen Rücksicht auf die anderen Abonnenten auf. Wenn jeder 50 Cent spenden würde, müssten andere nicht acht Euro spenden. Korrekt. Von daher gesehen, ja. Korrekt, korrekt. Oh, anderes Spiel. Das ist ja hier... Das ist ja Toter als... Genau. Schlimmer als bei Bauer sucht Frau. Korrekt. Mal ein bisschen hier den Verschmutzen. Lucky Barrao? Kann man mich da sehen? Nein. Bist du bescheuert? Das ist Drecksspiel, wo man immer rumtippeln muss. Ich habe jetzt gerade mal übernommen. Das war schon wieder am Augenblick. Einfacher fürchterlich. Einfacher fürchterlich. Ja, die nehmen wir doch mal. Da kann man zum Beispiel auch super jetzt auf kleine Summen zocken, finde ich. Und dann in den Spielen kann man sich dann eben mal steigern. Finde ich super eigentlich. Bloß mal. Seid ihr noch dran, alle? Ne, ich hatte gerade einen Hänger. Ja, genau. Sorry. Der Mann hier hat er wieder eingestellt, gerade am Handy und... Ne, meine Erfahrungswerte waren zum Beispiel hier bei Lucky Frau, wenn die Diamanten reinkommen, danach ist immer ein Händler. Ich weiß nicht, wie der bei euch aussieht. Ne, ne, geht ja mal nicht. Das ist alles ein bisschen. Guck mal da unten. Ja, die Reise geht weiter. Der Mann hier ist gerade am Rauchen. Macht ein dreckiges Auge durch die Scharen, schmutziges. Guck der noch um die Ecke, ey. Puh, ist ja nicht so genau. Schauen wir mal. Ja, das haben wir doch die tausende Grenze überschritten. Damals war ein bisschen stärker. 1.300 Leute waren damals online. Insgesamt war es schon stärker Auftritt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass heute Samstag ist. Viele gehen raus, gehen weg oder mit Freunden unterwegs. Vielleicht hätten wir es besser am Sonntag machen sollen. Aber 1.000 ist auch schon mal eine Menge. Wir freuen uns natürlich drüber. Und wie gesagt, die anderen Kanäle nicht vergessen. Tizona Leerzeichen Channel. 10 Cent Zocker. Tizona Channel. Neuer Stoff wurde aufgenommen. Ist der Mann hier natürlich immer dabei. Selbst auf meinem Channel, auf dem Popcorn Leerzeichen TV. Und auf 10 Cent Zocker ist der Mann hier auch dabei. Natürlich hat er damit nichts zu tun. Aber ist ein Kanal. Wollte ich einfach mal die ganzen Spiele testen. Auf 10 Cent. Auf kleines Geld. Mal schauen. Ja. So gewonnen. So zerronnen. Haben wir gerade glaube ich 150. Und das ist hier schon drauf gehabt. Geht alles schon wieder in den Keller. Ja. Und wie das Essen bei der Tafel schmeckt auch. Sollte man eigentlich auch mal ausprobieren. Und äh. Für mich spielt Einsatz keine Rolle. Für den einen oder anderen vielleicht schon. Für mich nicht. Aber leid wisst ihr auch von mir. Wenn ihr harte Sachen sehen wollt, dann könnt ihr immer gerne zum Mannigen kommen. Und dann könnt ihr auch von mir die Mekker gehen. Der ist für alle Standarten bereit. Bei mir. Das finde ich sehr reiner Unterhaltungswert. Das Ding ist ja im Lahn. Hast du mir schon angerufen? Na ja. Ausmacher, ne? Muss man keine Anrufe? Ja. Das ist der Banane. Ja. Frag den mal. Äh. Ein Spielehof. Bitte nicht mehr anrufen. Es gibt mir sofortige Abmahnungen. Dann ruft er hier mitten im Stream an. Bereitschreiben, rutschreiben. Hör. Komm ich übernimm die Messe nochmal. Aber der Prügel der ist fett. Das Ding hier kommt ja echt. Ja das ist ein Bomben-Handy. Ist das. Oh. Klettermaxe. 21,99 gespendet. Klettermaxe. Klettermaxe 4. Klettermaxe. Bestermann. So. Dankeschön mein Freund. Spitzenreicher. Äh. Sekredo. Dankeschön. Mir geht's gut man. Alles beim Malten. Wie immer top. Wie immer top gepflegt. Alles gut. Was ist das denn hier? Warum nichts gekommen da ja? Die haben mich gefragt, ob ich demnächst noch einen Tafelkanal für den machen. Mit dem CNC-Zock. Keine Ahnung. Tafel? Tafelkanal oder irgendwas. Äh. Keine Ahnung. Schöne Grüße nach Gladbeck. Äh. Ja. Ja. Okay. So. Dann haben wir nochmal einen verschmutzen Spin hier. Ja. Ja. Was ist denn los hier ja? Ja. 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 Das machen wir mal ganz locker. Ja. 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 15 Samurai. Was haltet ihr von dieser Schose Leute? 15 Samurai. Wo ist die Scheiße denn Mann? Ja. Ja. Schaut auf die Augen. Wo ist 15 Samurai Mann. Drauf geschissen. Ja. Jetzt schütt man den dreckigen Toure rumme. Größere Nacht Duisburgs Samba. Wäre auch zu schön gewesen. Das Schmutzfeld noch. Ne, die Olga wäre wirklich nicht heute. 1025 Mann drin. Dankeschön Leute. Danke, danke für den ganzen Support. Was macht das bitte aus? Was soll ich denn ausmachen? Achso, das Spiel. Ne, dann auf jeden Fall nicht Chantal. Auf gar keinen Fall. Interessiert mich die Zockerei auch gar nicht. Jetzt bin ich Solo. Kann ich machen was ich will. Keine Ahnung. Bin ich mal hier mal da? Kann ich zocken gehen? Kann ich abends rausgehen? Was saufen? Keine Ahnung. Aber jetzt... Alles cool, Leute. Wie gesagt. Ja, ja. Wenn ich vergeben bin, dann bin ich nicht so am zocken. Dann juckt mich das gar nicht. Dann gehe ich vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt. Ich habe noch ein paar Kröten gemacht. Also ganz, ganz selten. So, ich spiele mal noch ein paar Kröten. Hat gut abgebaut. Wie hätte das gedacht ich ja. Tja, der macht nichts. Mause tot. Mause tot. Hier, verstreu die mal kurz bitte. Irgendwo da hinten und hier. Schade. Wir werden jetzt hier mal Doppelbuch zocken. Nein, Chantal, habe ich doch gesagt. Wenn ich Familie habe, dann... Was für zocken. Deswegen sage ich euch ja jedes Mal grundsätzlich. Wer Familie, Kinder, Frau, Mau, alles Mögliche hat. Bleibt mit dem Arsch aus dem Dreck. Und verzockt nicht eure Kohle. Sondern kümmert euch darum. Das ist alles viel, viel wichtiger. Und nicht hier rumzocken. Das bringt ja alles nichts. So Leute, jetzt spielen wir mal eine Runde Doppelbuch. So. Ja, genau so sieht es auch aus, Christian Oglos. Also viele Sachen sind ja auch Privatleute. Also wie gesagt, ich mache die Videos hier für euch. Und... Keine Ahnung. Versuche euch so gut wie es geht zu unterhalten. Oder sonst irgendwas. Aber... Es gibt natürlich auch Sachen... Weiß ich nicht. Da antworte ich manchmal gar nicht drauf. Weil ich manchmal denke... Leute, was soll ich noch sagen? Weißt du? Ich mache die Videos hier und gut ist. Und... Warum? Weshalb dies? Warum jenes? Warum? Was weiß ich? Ja... Es ist ganz einfach so. So, spielen wir mal bis 5 Euro runter. Und dann versuchen wir mal irgendwie Triple Chant oder so. Mal ein bisschen zu drücken. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas hochgedrückt oder was. So. Hint da noch Fragen? Moneymaker vs Gregpipe. Naja, Gregpipe ist ein Homie. Und Gregpipe ist korrekt. Dem schreibe ich auch manchmal. Und mit dem telefoniere ich auch manchmal. Whatsapp oder sonst irgendwas. Guter Junge. Auch gleiche Altersklasse. Deswegen so auch mein Lieblings Battle Rapper. Alles cool. Wurde aufmunitioniert. Und äh... So Leute, ich setz mich jetzt mal hin. Ich filme jetzt mal so weiter. Boah. Guck uns den Dreck mal an hier. Klar. So, ich grüße den Alex. Schöne Grüße an Alex. Heute mal keine Klapperstürche hier. Nix. Lass den Poppy drücken, sagt der Arne. Er hat doch Gefühl. Ja, was willst du denn drücken? Hier, 30 Cent Dollar. Nein, gleich mal. Die hol uns aus dem Brand. Ja, ja. Poppy holt uns aus dem Brand. Das wär ja mal äh... Du alter solchen Vogel, du. Wie gut ich ein Spielow kenne. Ja, wir haben uns kennengelernt. Haben jetzt auch noch ein paar Session gedreht. Waren zusammen in Düsseldorf im Hotel. War lustig. War sehr lustig. Ja, ein bisschen abgelacht. Ein paar Videos gemacht. Waren in der Altstadt was saufen. War eigentlich alles ganz cool. Bisschen feiern, meiern hin und her. Von daher. Von daher alles gut. Komm jetzt. Ja, runtergefallen, ey. Blöde Sau. Wie alt ich bin? Ein paar Jahren 35. Komm noch einmal zeige. Dann könnt ihr reinflattern hier. Mit der Kanal kochen mit Poppy. Kochkanal wollt ihr noch haben? Oh, mal rein, ey. Irgendwann ist auch mal gut hier mit. 700 Kanäle. Was gehört? Kochkanal. Na, tschüss. Peter geht's gut. Aber der war jetzt ein bisschen so unterwegs. Und ähm. Keine Ahnung. Ich hab ihn jetzt auch länger nicht gesehen. Und mal schauen. Viele sagen immer, Manni, du hörst dich an wie Al Gio. Ja. Wer weiß das schon, ne? Was war mit Bayern, Dennis Jansen? Ja, gute Frage. Was mit Bayern los war heute? Heute war auf jeden Fall Krisensitzung angesagt. Ja, der Automat ist tot aus tot. Hat er recht. Raus aus dem Dreck. Sofort hier wechseln. Nightslife ist auch scheiße. So, Spielwechsel, Leute. Jetzt wird ein bisschen hochgedrückt. Ich muss gucken, dass ich hier ein bisschen was... Auf Rettungsmodus. Hab jetzt auch 500 Euro drin. 500 Euro versteuert. Tja, leider nichts passiert. Schade, ne? Ja, ich bin Fußballfan von Bayern. Bayern-Fan. So, jetzt muss gedrückt werden hier. Wie viel Geld ist da noch überall drauf, Dicker? Was? Wie viel Geld ist da noch drauf jetzt? Auf alle. 79. Okay. Wie viel? 49 und 70? Ja. Ja, Leute, wir zocken jetzt die Automatenplatte hier. Wenn nichts mehr kommt, dann ist vorbei der Stream für heute. Wir sind ja auch schon zwei Stunden dabei, weil ich hab jetzt keinen Bock mehr, das noch alles mal hier wieder neu aufzuladen oder sonst irgendwas. Das ist mir dann auch zu langweilig. Wie gesagt. Wie gesagt. Was? Schauen wir mal, schauen wir mal. Hopp oder Topp? Genau so sieht es aus. Aber gewinnmäßig tut sich ja hier nichts. Kommt nichts. Tote Maus hier. Eine ganz tote Maus. Ja, Roulette lohnt sich jetzt nicht. Mit 13 Euro hätte ich jetzt noch 36 drauf, dann würde ich eine runde Roulette spielen hier. Aber habe ich ja nicht mehr drauf. Deswegen. Ein Gewinn gegeben. Ja, ruckzuck hier 140 Mäuse runtergepfeffert, als wenn das Wasser wäre. Tot. Ganz tot hier. Tja Leute, die erste Niete haben wir am Arsch hängen. Machen wir hier nochmal Spielwechsel. Bisschen Flutastic. 60 Cent. Vielleicht können wir hier nochmal drücken. Und schauen wir mal. Spielwechsel. Bisschen Flutastic. Hier kommt Popp, Einsatzjungel. Bisschen, ich müsste mir den aus dem Dreck ziehen. Ja, Rack ziehst du aus dem Dreck. Jeder Gewinn geht kaputt. Lass mich gar nicht mal machen. Jeder Gewinn. Er hat dreimal gedrückt. Dreimal Totalschaden hier. Dreimal Totalschaden. Dreimal Abfahrt. So jetzt drückt der Meister selber. Ja klar. Ist ein kurzer Weg, der ist aber mausetot hier. Äh, was für Teilen Mann. Karte mit 27 ist ja auch sinnlos. Komm Popp, Mann. Ja, ich mache ja immer ein Wechsel. Scheiss Gewinn. Ja, Popp kann gar nichts. Er kann überhaupt nichts. Kann doch nicht wahr sein. Da ist ja schon dunkelrote Karte. So dunkel wie die rote Karte ist. Tja Leute, über 1000 Leute im Livestream ist schon sehr sehr gut. Ja logisch. Wir gehen gerade Richtung 1.1. Aber leider schmeißen die Geräte nichts Leute. Kannste machen, ob du willst. Auch tot. Ganz tote Hummel ist es. Ganz tote Hummel ist es. Das war der Totenläufer. Ja. Nichts zu glauben, ne? Das ist alle verbrannt. Das ist kein Mensch mehr, ne? So ein Toten Dampf hier drin, riecht mal. Ja, jetzt schon leichte Leichenstarre ist. Leichte Food verbrannt. So, ab zur nächsten Karre. Ja, wir spielen jetzt mal hier schnell überall runter, Leute. Und dann ist das auch hier alles erledigt. So, für die Rasputin Süchtigen. Für meine Rasputin Süchtigen ist das auch ein Kollege jetzt. So. Da war da nichts. Noch. Äh, ich bin Deutscher. So. So. Bisschen Kicken, Micken hier. Schmutzige Köter da. Den Spraym tin setzen, Leute. Deswegen. So, weiter geht's. Ja, ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Die Nummer könnt ihr auch gerne haben, Leute. Wer in die WhatsApp-Gruppe möchte, danke dir für die zwei Kröten, dieses Max. Grüße aus Ruppertal, Asozial. Was macht Peter? Ja, was soll Peter machen? Keine Ahnung. Der war jetzt ein bisschen im Urlaub. So ein paar Tage in Holland hat er abgeschissen. Und, ja. Ja, WhatsApp-Gruppe habe ich noch, Leute. Also, wie gesagt, die Nummer kann ich ja auch mal hier reinhauen. Wer will, kann rein. Wenn nicht, dann nicht. Peter ist immer da, wo der Kaffee nichts kostet. Richtig. Ja, die Nummer könnt ihr gerne haben, Leute. Das ist einmal 0163 2368 171. 0163 2368 171. Könnt ihr mich ruhig anschreiben. Und dann jage ich euch da in die Gruppe rein. Nicht 0168, 0163. Hey. So, komm, jetzt geh mal ein bisschen hoch hier, Junge. Hassig der Land, ey. Meine Fresse, ey. Der Schmutzteufel kommt hier. Ja, klar, Razor Ramon. Was denkst du denn? Razor Ramon? Was sind denn 10.000 Euro? Weißt du, wie schnell die wieder am Automaten sind? So lange, wie du dafür brauchst, um die einmal im Leben rauszuholen, umso schneller hast du die aber drin. So sieht's aus, Razor Ramon. 2 Euro Book of Raw geht leider nicht, weil keine Büchergeräte hier sind, Mann. Sonst immer gerne. ولage 1 Euro. 2 Euro. 3 Euro. 3 Euro. 3 Euro. 3 Euro. Das ist das, was wir tun skuliert. 0168,おい man, damit man das さert ist. 3 Euro um 2 Euro. Danke für den geilen Support immer von euch. Ja, der Raspu kommt zu oft. Der Raspu kommt einfach zu oft. Das ist dann ein ganz schlechtes Zeichen. Da wird auch dann nichts passieren. Danke, Klettermax, du hast nochmal 549. Ich meine, du hast, glaube ich, eben schon 21,99 Euro rausgehauen. Wenn ich mich nicht irre. Wahnsinn, ne? Tja. Kann man nur Danke sagen. Für den stabilen Support. Tu mal hier, bitte. Hast du 30 Cent? Kleine, tu die mal da rein, damit ich gleich eine Runde Roulette machen kann. Hier spielen wir jetzt auch runter bis 36 Euro, Leute. Und dann spielen wir hier auch eine Runde Roulette und Arschlecken. Dann ist es auch vorbei. Ich koche mit Poppy-Kanal. Jetzt gar keinen Fall. Leute, Popcorn, Leerzeichen, TV. Nochmals zur Erinnerung. Das ist ein Kanal von mir. Da ist der Mann hier auch oft mit beiden. Das war ein Abschiss. 84 kaputt. Das war ein drückiger Abschiss. So schön, wie der hochging, ist der auch direkt abgeschissen. Miese Laune. Nummer nochmal 0163 23 68 171. Was ist er wieder von gerade? Hat Peter dem Popi mal beigemacht, wie man Roulette mit Eiern spielt? Danke für den Fünfer, Dickerchen. Gute Frage. Ich bin noch in der Lernphase. Ich bin noch in der Lernphase, aber es wird auch noch mal ein Livestream kommen, was sage ich mit dem Peter. Irgendwann mal. Ja, Leute, manche Kommentare sind cool. Da muss ich auch mal so lachen. So, Leute, ich gehe langsam an den Ende zu, aber ganz langsam immer noch ein Gäumchen nach oben und denk an die Donations. Ja, da war ich auch schon. Im Ufo war ich auch im Oberhausen, klar. Schon ein paar Mal sogar. So, Leute, jetzt gebe ich noch jeweils eine Runde Roulette. Einmal hier und einmal hier. So, ich stelle mal ganz kurz die Scheiße hier ein und dann entweder Hopp oder Topp. Das ist ja so. Alter, sind das wie auf dem Bildschirm hier. Voll verzogen, Mann. Ja, das ist verzogen. Oh mein Gott, guck dir den Bildschirm mal an, der Fässer wird an der Schüssel, so Leute, entweder machen sie jetzt aber doch nicht. Manni, gib mir doch kein Rot, Rot braucht ihr gar nicht in die Kommentare schreiben, ich drück doch eh nur schwarz. So, weiter geht die Party, versuchen wir noch mal, vielleicht geht das Scheißhaus ja noch mal, man weiß es nicht, Leute. Das wird die Mutter aller Schlachten, auch nicht, vergiffst den Null, hast du schon lange nicht mehr gesehen, fast auf den Null, hast du gesehen, rausgesprungen? Ist ja egal, hab ich schon eh gesehen. Ja, sag ja. Äh, kaputt. Das war ein Abgang, ne? So, dann mach mal, äh, Sikim, ja, was das für ein Scheiß. Den hier machen wir jetzt mal zweimal Roulette, Leute. Off, off, off. Schwarz standesgemäß, normal, was sonst, Mann. Ohne schwarz läuft hier nix. Ja, ich weiß, Sekredo, du hast gesagt, rot, aber rot, die Farbe gibt's bei mir gar nicht, bei den, äh, Farben hier. Da könnte, glaub ich, auch ein Bildschirm stehen, ich gebe rot, trotzdem drücke ich schwarz. Also, da bin ich so stur, das ist, äh, keine Ahnung. Hade, da, meine Fresse, ey, diese Bildschirme hier. So, Leute. Schauen wir mal. Leider nicht, Leute. So, was spielen wir denn jetzt noch schmutziges? Sollen wir hier nochmal Jokers Cap spielen, 80 Cent oder was? Sollen wir mal. Book of Ra gibt es hier nicht, sonst hätte ich schon längst gespielt. Na, Jokers Cap. Gucken wir mal in den Royale Lab. Ja, Leute, ich lasse das jetzt auch hier bis zum gnadenlosen Tod laufen und dann schnauzevoll. Oder nochmal gucken, vielleicht bei 50 Euro mal auf Multi-Wide 1 Euro. Vielleicht macht er da nochmal irgendwas. So, setzen wir uns mal hierhin in Seelenruhe. Weißer, weißer. Weißer, weißer. Weiß nix. Na, nur scheiße. Weißer, wie kann ich da alles? Das ist ja 1,50, Mann. Hätte er A und J aufgemacht. Was ein Schrot. Wann machst du den nächsten Live-Video? Ja, gute Frage. Gucken vielleicht nächste Woche nochmal live oder so, aber... Wissen wir noch nicht genau, ne? Ja, ne, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Ja, guck mal, wie viel Drecksjokers Cap ist. Weißer Kriegskappe und dann ist auch nix drin. Kannst du ein anderes Spiel spielen? Auch mit diesem... Nee, kein Bock mehr. Ja, aber jetzt hab ich keinen Bock mehr. War ich geleckt. Ja, sonntags hab ich bestimmt mehr Zuschauer. Ja, kann sein, hab ich auch zum Poppy gesagt, weil Leute bestimmt viele Wochenende gehen einsaufen oder gehen feiern oder sonst irgendwas. Aber ist doch okay, mein Gott, wir haben 1.050 Zuschauer hier drin für einen Zockerkanal. Ich glaub, tut das schon. Muss man erstmal nachmachen. Im letzten Stream waren 1.300, 1.400 Leute drin. Jetzt 1.60, also keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ja, geh mal scheißen, Florian Keller, viel Spaß, Mann. Geh mal deinen Darm entleeren. So, was kriegen wir denn jetzt? Guck mal, was ist das, Jan? Normalerweise König siehst du nie. Ohne Scheiß, König siehst du fast nie. Nee, das ist echt. Ohne Leute, geht nichts am Ende zu. Nicht vergessen zu liken. Kennst du Montana Black? Ja, ja, klar, logisch. Grüße an Poppi, dem alten Gauner. Nee, Berkan, ich bin kein Kurde. Nein, wie begrüßt du zurück? Wann bin ich mal in Dortmund? Ja, gute Frage. Das kann ich so gar nicht beantworten. Kann sein, dass ich da mal spontan bin oder sonst irgendwas, aber, äh, ja, sicher, unhaltig. Den Knossi kennen wir auch, den alten Palavakopf. Bielefeld, gehen wir Döner essen. Ja, gut. Moneymaker. Mädchen. Watt. Hier passiert gar nichts mehr als, äh, mausetot. Von Monte, dem alten Pissfreier. Ja, was soll ich von dem, was soll ich von Monte halten? Nur Dreck jetzt, Frau, Maus. Guck mal, nix. Hätte die Frauen gegeben, wenn es die Männer voll gewesen ist, weißt du? Das sind doch keine Gewinne, ey. Das, äh, das ist ja Müll. Du findest ja auf dem Schrottplatz noch mehr Gewinne. Ja, Leute, wir gehen jetzt nochmal nach. Multi-Wide. Also, wenn wir sitzen dann. Willkommen im Totentanz, ja, logisch. Kommen wir im Totentanz. Ist doch klar. Ne, Leute, gibt jetzt keine Rettung mehr. Jetzt ist es vorbei. Der Tod ist schon da. Ja, ich will nur noch das Umkippen. Der Tod ist schon da, aber wir müssen nur noch fallen. Jetzt kommt die letzte Ölung gerade. Schade, ich hätte doch gedacht, eine Kiste macht auch vielleicht die da hinten. Ja, aber kommt ja nix mehr. Kein Gewinn. Schade, wirklich. Keine Möglichkeiten. Auch nicht mal irgendwie ein Zufallsbild, hier so irgendeine Bombe oder so. Ja, Ali, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Geburtstagsfeier. Ich wünsche dir schon mal alles Gute und Feuerschön. So, Leute, die Messe ist jetzt komplett vorbei hier für heute. Guck dir die Scheiße mal an, nein, Welt allein hat sie nochmal schön rasiert. Nochmal 84 auf der letzten Rutsche hier. Das haben wir abgekündelt, du. Zweimal 85. Tja, kann man nix machen. So. So, Leute, das war's mit dem Stream. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Danke für euren Support. Ich habe auch zu danken für alles nochmal, für die zahlreichen Besucher. Jetzt kommen die ganzen Kanäle nochmal eingeflogen. Schaut genau hin. Das ist einmal der T-Zona-Channel. Schön Mitschreibzettel raus. Dann. Und. Ja, danke, Leute, danke, danke für die Props immer hier von euch. Danke sehr auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß noch. Der 1010-Zocker für Leute mit kleinem Budget. Gerne ein bisschen Unterhaltung haben. Das war's, Leute. Wie gesagt, wir haben jetzt 500, 550 verplaced. Das ist auch scheißegal. Aber Hauptsache, wir hatten Spaß, Leute. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Wir hören, umzurehen uns. Haut rein, Leute. Ciao.